Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von FernstudiumInfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend ist als Gesprächspartner Lernberater Gabriel Gorbach hier bei mir. Er bietet ein Lerncoaching an nach der von ihm selbst entwickelten 3DW-Methode, das ist die dreidimensionale Würfelmethode. Und natürlich sprechen wir heute Abend über sein Angebot als Lernberater, aber vor allen Dingen hat er auch Tipps mitgebracht für alle Fernstudierenden. Wenn ihr Fragen habt an Gabriel zu seinem Angebot zum Lerncoaching, aber auch vielleicht konkrete Situationen aus eurem Fernstudienalltag, wo ihr euch Tipps und Empfehlungen zu wünscht, dann nutzt gerne den Chat dafür und wir werden das Ganze in unser Gespräch mit einfließen. Ja, und hier ist Gabriel Gorbach hier mit im Stream jetzt dabei. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Markus, ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Wir haben uns ja vorab schon so ein bisschen beschäftigt mit deiner Methode, aber da heute noch tiefer einzusteigen in das, was du so machst. Du bist also Lerncoach tätig, hast außerdem auch einen YouTube-Kanal, wo du kostenlos Tipps zur Verfügung stellst und ja auch schon ein paar andere Interviews gegeben, auch speziell zum Thema Fernstudium, wo ich auch schon mal reingeschaut habe. Aber wie bist du denn überhaupt Lerncoach geworden? Wie war so dein Weg? Welche Erfahrungen sind damit eingeflossen und welche Qualifizierung hast du da auch gemacht? Hast du da vielleicht irgendwie eine Ausbildung gemacht? Genau, also Lerncoach werden war eigentlich so das Letzte, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe, sondern es hat quasi so gestartet, dass ich eigentlich in mein Psychologiestudium reingestartet bin, damals 2017 und am Anfang. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich glaube, so geht es ja dem meisten. Man startet ins Studium, ist hochmotiviert, man bekommt die Skripte, bekommt die Bücher und beginnt halt zu lernen. Aber bei mir war es halt so, dass ich relativ schnell eigentlich eher überfordert war von der Menge an Stoff, die ich da lernen sollte. In der Schule, da bin ich eigentlich immer einigermaßen gut durchgekommen. Ich habe da nie wirklich so gelernt zu lernen. Aber jetzt im Studium war es anders, weil ich habe viel mehr lernen müssen, habe dann auch neben dem Beruf studiert, hatte jetzt nur wenig Zeit und dann bin ich relativ schnell eher ins Straucheln angekommen. Hat dann zum Beispiel konkret so ausgesehen, dass ich bei meiner ersten Prüfungsphase von vier Prüfungen, die eigentlich angesetzt sind, ich habe nur zwei gemacht, aber den anderen, ich war einfach nicht vorbereitet. Ich hätte jetzt nicht bestanden und ich wollte halt nicht direkt am Anfang schon durchfallen. Deswegen habe ich dann, da bin ich gar nicht dazu angetreten, war dann halt am Anfang hinterher im Studium. Bei den Prüfungen, die ich geschrieben habe, habe ich einmal eine 2 bekommen, einmal eine 3 war in Ordnung, aber auch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich war dann einfach hinterher in meinem Studium und habe mir gedacht, hey, nein, ich will das, das Thema interessiert mich, ich muss da irgendwie jetzt besser werden. Bin dann über so Kognitionswissenschaften und Neuro-Wissenschaften draufgekommen, dass ja relativ viel wissenschaftliche Forschung dazu gibt, wie jetzt das Gehirn funktioniert, wie das Gedächtnis arbeitet, wie wir Erinnerungen bilden. Weil vielleicht noch kurz vorweg, so im ersten Semester habe ich mich natürlich mal auf YouTube informiert, wie lernt man, was für Tipps gibt es und so weiter. Für manche Leute, also manchen Leuten hilft das Ganze. Auch gerade, ich denke mal, wenn man jetzt nur studiert, wenn man jeden Tag 8 Stunden, 10 Stunden Zeit ins Lernen reinstecken kann, ja natürlich, dann klappen die meisten dieser klassischen Lerntechniken. Das heißt, Zusammenfassung, schreiben Karteikarten, Mindmaps, Skripte lesen, markieren und man hat ja viel Zeit. Zumindest für mich, damals hat das Ganze nicht funktioniert, weil einfach die Zeit nicht da war. Und dann war ich quasi gezungen, mich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert jetzt wirklich unser Gehirn? Was braucht das Gedächtnis, um Wissen aufzunehmen? Wie können wir uns auch langfristig gut an das Gelernte zu erinnern? Bin dann eben zu den Themen Kognitionswissenschaften, Neurowissenschaften gekommen, habe mich dann halt sehr damit auseinandergesetzt, was es da so an Prinzipien gibt, wie eben unser Gehirn funktioniert. Das Ding war nur, also ich am Anfang war mega begeistert von Wissenschaft, mich richtig, richtig fasziniert. Aber leider sind die meisten Wissenschaftler nicht so sehr auf die Anwendung fokussiert. Und ich kenne halt ein paar, die sind Vollzeitwissenschaftler, also die leben für diesen Beruf und die sind richtig neugierig, die wollen Sachen wissen. Aber manchmal hängt das so ein bisschen daran, sich zu überlegen, hey, wie kann man das, was man jetzt an interessanten Erkenntnissen gewinnt, wie kann man das ganz einfach anwenden in einer normalen Situation für jetzt quasi den 0815-Bürger oder 0815-Bürgerin. Und deswegen habe ich quasi geschaut, wie können wir Methoden entwickeln, die diese Prinzipien, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir diese Prinzipien beachten, berücksichtigen, um dann dementsprechend schneller im Lernen oder im Studium voranzukommen. Dann ist eben das sogenannte gehirnoptimierte Lernen entstanden quasi. Also ich habe das einfach so genannt, weil es darum geht, so zu lernen, es halt optimal fürs eigene Gehirn ist. Habe dann als Konsequenz eben auch in meinem eigenen Studium zuerst mal die Prüfungen nachholen können, wurde eben schneller im Studium und habe dann auch trotz Vollzeitarbeit das Studium wirklich schnell auch abschließen können. Und habe dann eben zuerst einfach mal, ja, Personen zu meinem Umfeld zuerst mal einfach so geholfen, dass sie halt auch schneller vorankommen, Prüfungen wirklich auch sicherer bestehen, auch selbstbewusst in die Prüfungen gehen können, weil sie halt wissen, sie können das Ganze. Und dann ist das irgendwie so organisch gewachsen, dass halt auch einfach immer mehr Input oder immer mehr Nachfrage war und ich mir immer gedacht habe, hey, ich kann damit auch anderen Leuten helfen, das hat sie sich angeboten. Und ja, dann haben wir das so in den letzten, im Prinzip begonnen hat es vor dreieinhalb Jahren, so seit zweieinhalb Jahren würde ich sagen, dass das mit so einem größeren Fokus, selbst mit einem Hauptfokus basiert. Zuerst war das Ganze einfach so, ja, nebenbei. Okay, also da elbst die Erfahrung bei dir, dass es gar nicht so einfach war im Studium dann im Vergleich zur Schule auch da zurecht zu kommen, mit der Masse des Stoffs klar zu kommen und ja, dann auch so ein bisschen so die Erfahrung eigentlich, dass das auf Interesse gestoßen ist in deinem persönlichen Umfeld erstmal und irgendwann dann diese Professionalisierung, die sich daraus ergeben hat. Ganz genau, ja. Also ich bin bei weitem kein Wunderknabe. Ich hatte es nicht leicht am Anfang immer im Studium. Insofern, ich kann das auch gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man jetzt ein Skript hat mit 200 Seiten und man muss das Ganze einfach in den Kopf reinbekommen. Aber teilweise, wenn man jetzt heute etwas liest, natürlich jetzt versteht man das, aber zwei Tage später ist das Ganze wieder weg. Aber es gibt halt schon auch Methoden, dass das Ganze auch langfristig hängen bleibt, gerade auch, wenn man jetzt nur wenig Zeit hat, vielleicht am Abend lernen kann, wenn man müde ist und so weiter. Ja, werden wir auch gleich noch drauf kommen. Auch bei deiner 3DW-Methode ist das ja sicherlich mit eingeflossen. Es gibt hier ein paar erste Fragen aus dem Chat, die würde ich gerne aufgreifen, weil das genau dazu passt. Und zwar fragt Lennart Steinke hier, aha, und was ist das? Weil die wissenschaftlich funktionierenden Methoden hat er gerade abgewatscht. Also ich ging immer darum, dass du vorhin darüber gesprochen hast, viele Wissenschaftler vielleicht eher Theoretiker sind und du mit den Methoden dann nicht so viel anfangen konntest, die die vorgeschlagen haben für die Praxis dann. Genau. Also vielleicht noch, um das Ganze konkreter zu beantworten. Also ich bin ein Riesenfan von Wissenschaft. Ist enorm, enorm toll. Und ich will Wissenschaftler überhaupt nicht, ja, also gar nicht irgendwie etwas Schlechtes darüber sagen. Überhaupt nicht. Das Einzige, was ich quasi gemeint habe, dass halt viele, sehr viele super Erkenntnisse gefunden haben. Einfach wahnsinnig tolle Informationen darüber, wie eben unser Gehirn funktioniert, was wir benötigen. Aber sich noch nicht so damit beschäftigt haben, wie man das Ganze anwenden kann. Ist auch verständlich, weil es als Wissenschaftler eigentlich eher sinnvoll ist, mehr Erkenntnisse zu produzieren. Aber es teilweise auch gar nicht so ihre Aufgabe ist oder das ist es nicht als ihre Aufgabe, zumindest nicht alle als ihre Aufgabe sind, das Ganze auch in die Anwendung zu bringen. Genau. Nur um das Ganze mal zu betonen, Wissenschaft super, super gut. Aber wichtiger auch, das Ganze auch in die Anwendung zu bringen. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Manche von diesen Methoden sind relativ gängig. Also, oder von diesen Prinzipien. Es geht also um Prinzipien. Zum Beispiel ist das Active Recall, Space Repetition und so weiter. Dann gibt es aber noch einige andere, zum Beispiel was für Neurotransmitter in unserem Gehirn sein müssen, dass sie eben überall Informationen bilden können. Also wie, was quasi auf einer renalen Ebene passieren muss, dass Informationen abgeschweichert werden und so weiter. Und dann geht es natürlich auch noch darum, diese Prinzipien auch in der optimalen Art und Weise anzuenden. Zum Beispiel Anki ist ja etwas, also so eine digitale Karteikarten-App. Meistens werden das, oder einige werden da wahrscheinlich schon mal davon gehört haben. Nützt ja eben auch ebenfalls Active Recall, Space Repetition und so weiter. Das sind so Sachen wie zu und so auf YouTube herum. Aber es ist eben nicht die beste Art und Weise, wie man etwas anwenden kann. Sondern da gibt es einfach bessere Möglichkeiten, diese Prinzipien anzuwenden, um dann eben auch gleichzeitig noch mehr weitere Sachen zu berücksichtigen und so weiter. Genau. Und vielleicht auch noch, weil ich jetzt gerade den Kommentar auch noch vom Lernner gesehen habe. Der Grund, warum ich mich eben eher gegen Karteikarten, danke dir fürs Einblenden, gegen Karteikarten stelle, ist, weil das natürlich, wie du richtig erkannt hast, manche Prinzipien berücksichtigt, Active Recall, Space Repetition und so weiter. Aber es gibt eben bessere Möglichkeiten. Und ob ich etwas empfehle oder nicht, das ist natürlich immer kontextbedingt. Prinzipiell Karteikarten sind in der Schule gut. Karteikarten sind zwar auch super, wenn man Vokabel lernen muss, wenn man da einfach schon vorgedruckte Karteikarten hat und so weiter. Aber in einem Fernstudium, wenn man zum Beispiel jetzt mal irgendwie dieser klassischen Fernstudien-Skripte hat, sind zumindest meiner Erfahrung nach und der Erfahrung von den Studierenden, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht wirklich gut. Beispiel, wir haben mit einer Studentin zusammengearbeitet, studiert an der IU und hat pro Prüfung 200 Karteikarten ungefähr machen müssen, was halt einfach Zeit benötigt hat. Dann hat sie zwei, teilweise drei Monate benötigt, um wirklich bereit für ihre Prüfungen zu sein. Nachdem sie jetzt die Karteikarten weggelassen hat, direkt mit ihren Skripten lernen, sind das vielleicht einmal fünf, sechs Wochen oder sowas, die sie benötigt, bis sie eine Prüfung machen kann und dann auch einfach mit weniger Zeitaufwand trotzdem einfach faktisch besser ist. Also Karteikarten sind nicht die schlechteste Methode überhaupt, aber es gibt einfach bessere Methoden. Gerade wenn man jetzt wenig Zeit hat, wenn man eben neben dem Beruf, neben der Familie studiert und wenn man auch wirklich schnell vorankommen möchte, würde zumindest ich persönlich für ihr von Karteikarten abraten. Aber natürlich, wenn jemand Karteikarten verwendet, super Erfahrung damit macht, dann soll das weitermachen, sowieso. Ja, okay. Also es ist schon so, dass du wissenschaftliche Methoden, die in Studien sich ergeben haben, wie dieses Paced Repetition oder Active Recall, dass du da hinterstehst, nur halt nicht hinter allem. Also dass du es für dich eine Auswahl treffst und auch überlegst, was du als praxisbezogen siehst und eher nicht. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also geht in die Richtung. Einerseits müssen wir uns mal anschauen, diese Prinzipien muss man richtig anwenden, sodass sie einfach optimal sind. Weil es gibt zum Beispiel Karteikarten verwenden diesen Effekt, dass man sich an etwas erinnert und das ist prinzipiell gut. Aber Karteikarten haben dafür ganz viele andere Nachteile, die man einfach nicht vernachlässigen darf. Sei es zum Beispiel, dass es einfach viel Zeit braucht, diese Karteikarten zu erstellen oder wenn man das Ganze einfach nur zum Beispiel bei Anki mit so Screenshots macht, dann sinkt einfach die Qualität. Andererseits auch so, dass man durch die Karteikarten sein Skript aus dem Zusammenhang reißt, dass man einfach nicht mehr das Ganze wirklich gut versteht. Jetzt gerade auch bei Thematiken, die aufeinander aufbauen und so weiter. Man hat dann auch auf der anderen Seite einen riesigen Textblock, wo man wiederum Schlechtwissen mitnehmen kann und so weiter. Also obwohl wir das Prinzip drinnen haben, wird das Ganze einfach schlecht angewandt. Und manche Sachen sind so auch in der Theorie super, noch in der Praxis, aber vielleicht weniger für das Studium anwendbar. Das sind dann diese klassischen Nebnotechniken. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Gedächtnispalast macht, also man stellt sich so einen Ort vor, wo man dann mental bestimmte Objekte platziert und so weiter. Und das funktioniert super, um sich eine Einkaufsliste zu merken. Das ist ein super Party-Trick, um irgendwelche Informationen zu behalten. Aber es funktioniert halt eher weniger gut, wenn man 100 Seiten Skript hat, das jetzt einfach praktisch nur aus Text besteht. Da sollte man einfach anders vorgehen, dass es halt auch schnell hängen bleibt. Okay. Ja, hier kam noch halt die Rückmeldung von Lennart hier, dass wohl diese Studentin alles nur sinnlos oder einfach abgeschrieben hat auf Karteikarten und das dann eher weniger auch bringt. Und noch die Anmerkung hier, das richtige Tool für den richtigen Job. Also ich denke auch, je nachdem, was man nennt, du hast Vokabeln angesprochen. Ich kann mir vorher schon auch reine Definition zum Beispiel, wo es wirklich um auswendig lernen, eins zu eins geht, dass da Karteikarten durchaus auch hilfreich sein können, gerade auch durch die Wiederholungsmethoden, die ja auch dem Algorithmus folgen können. Ja, sehe ich bedingt so. Aber also Vokabeln bin ich voll bei dir. Vokabeln, gerade zum Beispiel um eine Sprache zu lernen, da eignet sich das Ganze super, weil man eben meistens die Karteikarten noch nicht selber schreiben muss. Insofern sich da viel Zeit spart. Ansonsten gibt es bei vielen Sachen auch bessere Methoden. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen, also deswegen gibt es auch weniger so generalistische Sachen, sondern es ist immer so ein bisschen von den Anforderungen abhängig von auch den eigenen Präferenzen wichtig und was auch das Ziel dahinter ist. Wenn man das Ziel hat, möglichst wenig Aufwand, sich möglichst viel Wissen mitzunehmen und das Wissen langfristig mitzunehmen, gibt es ein anderes Vorgehen, als wenn man sagt, also manche Leute schreiben zwar auch einfach gerne Zusammenfassungen, meine ja, das klappt doch. Und natürlich auch Listen, also wenn man sich zum Beispiel Listen und Abfolgen merken möchte, sind so Nebennotechniken durchaus sinnvoll. Wir werden also ganz später auch mal etwas Konkretes anschauen. Aber eben das auch im Hinterkopf behalten, das ist hierfür wichtig, aber das ist nicht immer wichtig. Und das, was ich eben vermeiden will, ist, dass Studierende denken, hey, ich habe irgendwie alles probiert, was es auf YouTube so gibt und es funktioniert nichts bei mir. Vielleicht bin ich dumm, vielleicht lerne ich nicht gut und so weiter. Das ist einfach etwas, was leider viele Studenten denken. Völlig, ja, ohne dass das Ganze berechtigt ist, überhaupt nicht. Aber weil es einfach viele dieser klassischen Nenotechniken kennenlernen, weil man die ja relativ schnell auf YouTube findet, die dann aber nicht gut anwenden kann. Denkt man deswegen, hey, das liegt irgendwie an mir, aber es liegt einfach an den Techniken, dass man die, ja, die nicht, also dass man nicht die richtigen Techniken für die richtigen, für den richtigen Stoff hat. Ja, also da nicht, nicht den Hammer für alles, was halt kommt, sondern das passende Werkzeug, fand ich gerade vorhin diese Anmerkung von Lennart, das richtige Tool für den richtigen Job und vielleicht auch ein bisschen, ist meine persönliche Meinung, kommt es auch noch darauf an, auf den jeweiligen Typ, dass auch nicht jeder mit jedem Werkzeug irgendwo gleich gut klarkommt, auch wenn es theoretisch eigentlich funktionieren müsste. Eine Anmerkung hier noch, auch von Lennart, Karteikarten bei Sprachen seiner Meinung nach wenig sinnvoll, um insgesamt Sprachen zu lernen, dann bin ich da durchaus auch bei, weil ich denke, wenn es eins zu eins um einzelne Vokabeln geht, kann ich mir das doch ganz gut vorstellen. Ja, es gab noch eine andere Frage im Chat, nicht nur von Lennart, sondern hier von h.v. Was denn die Evidenz hinter gehirnoptimierenden Lernen ist oder ob das eine reine Erfahrungsmethode ist? Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen zu, wenn es darum geht, wie du denn deine Methode entwickelt hast, aber das zumindest schon mal so zum Hinterkopf behalten. Ich habe nochmal eine Frage dazu, diesen Weg, wie du Lerncoach geworden bist. Da sind Erfahrungen mit eingeflossen. Hast du jetzt speziell, was Techniken angeht, wie du da vorgehst, dich auch selbst coachen lassen, einerseits, also auch Vergangenheit bezogen. Auf der anderen Seite, du hast ja sicherlich auch mal herausfordernde Coaching-Situationen, wo vielleicht auch noch mehr mit reinspielt, also die reine Lernthematik, wo es anspruchsvoll werden kann. Hast du da auch Unterstützung? Nimmst du da z.B. selbst auch da eine Supervision oder ein Coaching in irgendeiner Form in Anspruch, um da auch wieder Feedback für dich zu haben, um dich weiterentwickeln zu können? Also natürlich nehme ich selbst auch Coaching, Berater und so weiter in Anspruch. Ich bin ein riesiger Fan davon, weil das einfach die Abkürzung schlechthin ist. Aber halt in anderen Aspekten. Z.B. geht es jetzt bei mir eher darum, wie baut man z.B. ein vernünftiges Team auf? Weil aktuell habe ich einen Vollzeitmitarbeiter, jetzt starte bald der Nächste. Das heißt, da sind einfach so Fragen wichtig, wie macht man das Ganze? Wie erzeugt man eine gute Arbeitskultur? Baut einfach Systeme, die noch zuverlässiger das erzeugen, also das Ergebnis liefern. Das heißt, in den Punkten lasse mich natürlich beraten, weil es einfach die Abkürzung schlechthin ist. Um besser voranzukommen. Also in diesen gesamten Bereichen so um das Handwerk an sich. Also mein Handwerk ist ja Studierenden beizubringen, wie sie effektiv verlernen, schneller Wissen aufnehmen können und so weiter. Das ganze System rundherum, da habe ich natürlich Berater genau. Steuerberater habe ich halt auch. Rate mich auch bei bestimmten Aspekten, bei denen ich mich halt nicht auskenne. Okay, mal jetzt so Supervision, das hältst du für dich da jetzt in dem Fall für die innerlichen Themen eher nicht für notwendig. Also bisher ist das Ganze nicht notwendig. Bisher konnten wir alles gut zulösen. Ja, es ging ja gerade schon ganz viel um Methoden, die im Lernen zum Einsatz kommen können und Basis für deine Lernberatung ist ja die, ich muss es nachschauen, dreidimensionale Würfelmethode, 3DW, die du auch selbst entwickelt hast. Das klingt sehr anspruchsvoll, ja fast schon wissenschaftlich eigentlich so eine Methode zu entwickeln. Wie bist du denn da vorgegangen? Und da vielleicht auch die Frage hier wieder von H.V. welche Evidenzen dahinter gelegen haben, welche Bestätigungen es auch gibt, dass gerade das auch wissenschaftlich betrachtet dann wirksam ist oder ob es wirklich in erster Linie deine Erfahrungen sind, aus denen du das dann quasi zusammengefasst hast und dem diesen einprägsamen Namen 3DW-Methode dann aufgegeben ist. Genau, also die 3DW-Methode, das ist im Prinzip einfach nur ein Modell, das quasi alles inkludiert, was man eben benötigt, um super bei Prüfungen zu sein, super bei Klausuren zu sein und wirklich halt schnell im Studium voranzukommen. Und dass dieses Modell Sinn ergibt, das kann man sich eigentlich auch denken, wenn man das Ganze einfach mal durchgeht, weil 3DW, du hast ja schon angesprochen, steht für die dreidimensionale Würfelmethode, weil ich eben überlegt habe, dass es quasi drei Faktoren gibt, die bestimmen, ist man erfolgreich im Studium oder eben nicht. Und der erste Faktor davon ist, dass man einfach ausreichend Zeit ins Lernen reinstecken muss. Das heißt, es geht um die Umsetzung. Man muss einfach eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Menge von Zeit ins Lernen reinstecken und das soll natürlich möglichst leicht fallen. Was wir nicht wollen, ist, dass man sich nach der Arbeit zum Lernen zwingen muss, dass man sich überwinden muss, dass man das Ganze vor sich her schiebt, dass man nur phasenweise lernt, manchmal sehr wenig, dann mal wieder sehr viel, sondern nicht. Sondern wir wollen, dass man einfach kontinuierlich dabei ist, jeden Tag vielleicht eine, eineinhalb, zwei Stunden oder sowas ins Lernen reinsteckt. Je nachdem, wie viel, wie effektiv man lernt, reicht das dann auch, um wirklich schnell voranzukommen. Als erster wichtiger Zeit, äh, wichtiger Faktor ist es, Zeit, die man ins Lernen reinsteckt und wie leicht man das Ganze schafft, sich dazu zu bringen. Zweiter Faktor ist dann die Lerntechnik. Also, wie viel Wissen nimmt man in dieser Zeit mit? Wie sorgt man dafür, dass man das Wissen wirklich langfristig abspeichern kann? Also, das ist so die Effizienz, mit der man lernt. Und das kann man sich eben so vorstellen, dass diese Faktoren, ähm, quasi multiplikativ zueinander sind. Die Zeit, die ich ins Lernen reinstecke, mal die Effizienz, mit der ich in dieser Zeit das Wissen aufnehme, das bestimmt ja quasi, wie viel Wissen ich im Kopf gespeichert habe. Heißt, wiederum, wenn wir jetzt besser sein wollen, sagen wir wollen quasi doppelt so viel Wissen im Kopf gespeichert haben, heißt das, ich kann entweder doppelt so viel Zeit ins Lernen reinstecken oder ich schaue, dass ich in der Zeit, in der ich lerne, doppelt so viel Wissen mitnehme, was dann wiederum zum Ergebnis hat, dass ich halt einfach die doppelte Menge an Wissen gespeichert habe. Aber es sind nicht die zwei DW-Methode, sondern die drei DW-Methode, weil es gibt noch einen dritten Faktor und das ist die Erinnerungsfähigkeit. Weil ich festgestellt habe, manchmal ist es so, man ist gut vorbereitet theoretisch bei der Prüfung, aber bei der Prüfung kann man sich vielleicht nicht an alles erinnern, was man gelernt hat. Das kann sehr extrem sein, dass man ein Blackout hat, dass man eine Prüfungshankung hat und so weiter, dass man wirklich sich gar nicht mehr an das Gelernte erinnern kann. Aber das kann auch klein sein, dass man zum Beispiel einfach ein bisschen länger braucht, um eine Frage zu beantworten, als es im Idealfall der Fall wäre. Oder dass man zum Beispiel bei einer Prüfungsfrage sitzt und man weiß genau, ich habe das gelernt. Ich sollte das eigentlich können. Vielleicht weiß man sogar, wo, auf welcher Seite das stand, wie man das Ganze markiert hat und so weiter, mit welcher Farbe das angestrichen wurde. Aber jetzt im Moment fällt einem einfach nicht mehr ein, was da steht. Ist natürlich blöd, wenn man es halt jetzt benötigt. Das heißt, der dritte wichtige Faktor ist es, sich auch im richtigen Moment an das Gelernte zu erinnern. Heißt nochmal, wir brauchen die Umsetzung, muss Zeit ins Lernen reinstecken, mal die Effizienz, mit der man in dieser Zeit das Wissen aufnimmt, also Umsetzung mal Lerntechnik, mal die Fähigkeit, sich im richtigen Moment an das Gelernte zu erinnern. Das bestimmt jetzt einfach, wie schnell man vorankommt, ob man seine Prüfungen sicher absolvieren kann. Das bestimmt mit wie wenig Zeitaufwand man das schafft und so weiter. Und das, was wir eben bei uns machen, ist, uns immer individuell anschauen, wo gibt es gerade Schwachstellen bei einer Person? Also hat man jetzt vielleicht eher das Problem, dass man sich schwierig zum Lernen motivieren kann, dass wir vielleicht eher mal dafür sorgen sollten, dass man wieder leicht ins Lernen reinkommt, dass man Freude am Lernen hat und so weiter. Oder hat man vielleicht das Problem, man steckt eh viel Zeit ins Lernen, aber in dieser Zeit bleibt einfach wenig Wissen hängen oder man vergisst das Gelernte schnell wieder. Dann soll man natürlich eher dafür sorgen, dass man in derselben Zeit mehr Wissen mitnimmt, dass man sich Zeit spart und so weiter. Also das sind so häufige Situationen von den Studierenden, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind einfach zeigen, wie sie halt in derselben Zeit mehr Wissen mitnehmen und so weiter. Oder ist es vielleicht sogar so, dass man, ja, dass einfach die Erinnerungsfähigkeit nicht so gut ist. Dass man sich einfach besser an das Gelernte erinnern könnte, dadurch besser bei Prüfungen sein kann. Genau, soviel mal zur 3DW-Methode. Das ist einfach so ein Modell, das ich quasi mir überlegt habe, das so notwendig ist, um eben optimal im Studium voranzukommen. Okay, das heißt Modell im Grunde, was du dir selbst überlebt hast, was für dich plausibel erscheint irgendwo jetzt nichts, was jetzt als wissenschaftliche Arbeit erstellt worden ist, wo es jetzt eine Veröffentlichung gibt, wo man sagen könnte, das ist jetzt da irgendwas, was da dokumentiert ist, was auf bestimmten Werken auch da basiert. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Also in diesem Modell absolut. Und ich muss auch sagen, ich bin ja kein Wissenschaftler. Also einen Anspruch habe ich auch nicht. Mir geht es einfach um die Anwendung, um die Ergebnisse. Das heißt, in diesem Modell habe ich jetzt natürlich keine Arbeit dazu geschrieben. Innerhalb dieser einzelnen Komponenten, also zum Beispiel Lerntrennig, gehirnoptimiertes Lernen, das ist natürlich sehr wissenschaftsgeleitet. Also wo es einfach nur darum ging, wie speichert jetzt das Gehirn Wissen, was für Methoden gibt es da oder was für Prinzipien gibt es eben, damit jetzt eben auch unser Langzeitgedächtnis wirklich schnell befüllt werden kann und so weiter. Aber natürlich dieses große Modell, das ist jetzt keine wissenschaftliche Methode, sondern es ist einfach eine logische Verknüpfung von Faktoren, die man halt benötigt. Okay. Ja, es gibt im Chat Interesse, da noch tiefer einzusteigen, was denn diese Methode angeht. Von Lennert hier nochmal einfach nur eine Anmerkung. Ich finde es gut, dass der 3D-Würfel von Würfel in anderen Dimensionen, die bekannten eindimensionalen Würfeln klar abgegrenzt wird. Das lasse ich einfach mal nur so stehen. Frau Kanzler, Sabine Kanzler fragt hier oder bittet hier darum, dass du konkret wirst, weil ja bisher alles ein Reden um den heißen Brei herum sei. Also klar, es gibt diese verschiedenen Elemente, was wichtig ist, das regelmäßige Lernen, gehirngerecht Lernen und auch ja so, dass es erinnert werden kann. Aber wie wird das konkret umgesetzt und vielleicht auch einfach, dass du es einem Beispiel mal darstellst an einer Situation aus dem Studium, wie du dann vorgehst und diese Methode auch anwendest und wie dabei ganz konkret Vorgang wird, dass ich hinterher leichter durch das Fach hindurchkomme. Okay. Das ist natürlich jetzt schwierig in Form eines Livestreams quasi so ganz konkret, was für eine konkrete Situation. Also die Situationen sind einfach unterschiedlich, aber wir können uns zum Beispiel exemplarisch eine Situation rauspicken. Und zwar war das Michael, studiert Logistikmanagement an der EurofH im Fernstudium, kam vor, das war das Sommer, vor zweieinhalb Jahren auf uns zu, weil er hat eine Prüfung zweimal nicht bestanden. Er war im Drittversuch, nur noch eine letzte Möglichkeit, sonst wird er exportrikuliert. Problem ist, er braucht das Studium eigentlich für seinen Beruf. Also ist schon zwei Jahre dabei, sein Chef rechnet damit, dass er eigentlich bald den Abschluss hat. Er hat auch schon viel Geld ins Studium reingesteckt, aber war jetzt wirklich so kurz vor knapp dabei, das vielleicht nicht zu schaffen. Und bei ihm ist es natürlich besonders wichtig, dass er die Prüfung wirklich sicher besteht. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben gewusst, okay, wo er zu uns gekommen ist, in fünf Wochen ist der nächste Prüfungstermin. Also haben wir zuerst dafür gesorgt, dass er jetzt wieder motiviert lernt. Weil natürlich zweimal noch eine Prüfung durchfallen ist jetzt nicht zu motivieren. Das heißt, wir haben zuerst mal dafür gesorgt, dass er wirklich ausreichend Zeit in seinen Reihen steckt, auch nach der Arbeit noch motiviert dranbleibt. Haben wir zum Beispiel jetzt konkret bei ihm so gemacht, dass wir einfach immer Lernanheiten geplant haben, dass wir zum Beispiel gesagt haben, hey, an dem Tag macht er so viele Lernanheiten oder auch Worksheets hat, um das Ganze abzuhacken und so weiter, wo wir ihn dann auch einfach zumindest initial mal accountable halten, dafür sorgen, dass er das Ganze umsetzt, dass er jetzt einfach ausreichend Zeit in das Lernen reinsteckt, dass die Umsetzung stimmt. Dann haben wir uns zweitens dafür gesorgt, da haben wir uns darum gekümmert, dass er einfach jetzt effektiver lernt. Ich glaube, vorher hat er nämlich seine Skripte im Prinzip immer abgeschrieben, so halbherzige Zusammenfassungen gemacht, aber teilweise waren die Skripte dann länger, also die Zusammenfassung länger als das eigentliche Skript. Das heißt, da haben wir uns quasi angeschaut, was für eine Lernmethode benötigt er, um das Ganze wirklich besser aufzunehmen, langfristig zu speichern. Und was drittens halt für ihn enorm wichtig ist auch, dass er die Erinnerungsfähigkeit optimiert, also dass er sich einfach besser an das Gelernte erinnert, gerade auch unter so einer Stresssituation, gerade wenn man eben unter Druck ist, weil es geht jetzt wirklich um alles. Also bei dieser einen Prüfung hängt es jetzt wirklich davon ab, hey, kann er in seinem Studium weitermachen oder wird er ex-matrikuliert? Das heißt, es geht um alles und da muss er natürlich trotzdem den kühlen Kopf bewahren, ruhig bleiben und so weiter. Also haben wir uns also darum gekümmert, dass er einerseits mal keine Prüfungsangst hat, dass er wirklich weiß, was er kann. Haben natürlich dann auch beim Lernen dafür gesorgt, dass er schon viele Erfolgserlebnisse beim Lernen gesammelt haben, die ihn einfach motiviert haben, die auch einfach Sicherheit gegeben haben. Ja, und dass er dann natürlich auch bei der Prüfung wirklich sein Wissen abrufen kann, anwenden kann, etc. Wozu hat das denn geführt? Er hat vor der Prüfung hat er, und das muss ich zugeben, es war der erste Student, der in dem Drittversuch war, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Mittlerweile haben wir schon mit einigen zusammengearbeitet, insofern ist das, also weiß ich einfach, womit ich rechnen kann, aber damals war schon so der erste Student, wo ich natürlich auch selbst, ja, gespannt war, wie das Ganze so funktioniert. Vor allem auch, ob er, also der Selbprüfung sicher besteht, weiß ich sicher, aber wie einfach das Ganze ist, beziehungsweise wie sicher er sich selbst vor der Prüfung ist. Und er hat mir dann aber sogar vorher schon per Worts beschrieben, dass er einfach tiefenentspannt ist. Er weiß es einfach, er kann das. Er hat die Skripte zu einem ganz neuen Grad gelernt, im Vergleich jetzt zu vorher. Ist dann in die Prüfung rein, hat die Prüfung geschrieben, danach mir per WhatsApp geschrieben, hey, super gelaufen. Und drei Wochen später hatten wir dann eben noch eine WhatsApp-Nachricht mit dem Ergebnis bekommen. Und zwar hat er im Drittversuch, im letzten möglichen Versuch, hat er die Prüfung mit einer 1,3 bestanden. Und das will einfach mal demonstrieren, was auch möglich ist, durch diese 3DD-Method. Weil wenn man eben ausreichend Zeit ins Lern reinsteckt, wenn man in dieser Zeit viel Wissen speichert. Heißt, er hat, also er konnte eben aus seinem gesamten Stoff, es gab jetzt nichts, was er nicht konnte. Und wenn er es jetzt eben noch geschafft hat, oder wenn er es schaffen kann, sich an das Gelernte zu erinnern, was er eben favorös gemeistert hat, dann gibt es eben auch keine Möglichkeit, eine Prüfung nicht zu bestehen, was er auch gut gemacht hat. Genau. So mal exemplarisch. Aber muss er sich immer konkret anschauen bei spezifischen Situationen und so weiter, was da jetzt auch die richtige Methode ist und so weiter. Ja. Also für mich ist jetzt so angekommen, diese 3DW-Methode, diese drei Bereiche, das hast du so im Hinterkopf, das ist so der Rahmen des Ganzen. Und du schaust dann aber individuell auch die einzelne Person und dann auch, ja, aus deiner Erfahrung heraus, in dem Fall halt so ein bisschen Struktur vorgeben, das ist bei mir angekommen, war da hilfreich, um wirklich dann noch Zeiten zu planen nach der Arbeit, wo es dann noch motiviert geht und auch so ein bisschen, halt in einem so dieses, ja, so Motivationstraining, so du hast gelernt, dann kannst du auch relativ entspannt dann da rangehen, auch wenn es ja jetzt um alles oder nichts dann geht. Ja, also dieses vielleicht Struktur, Motivation, das haben ja die meisten, das ist eben, also das war zum Beispiel bei ihm notwendig, weil er, ja, weil er halt im Drittversuch, weil er eher niedergeschlagen war. Bei vielen Studieren, mit denen wir halt mittlerweile zusammenarbeiten, die sind motiviert, die sind strukturiert und so weiter. Da geht es halt zum Beispiel eher darum, wie schaffe ich jetzt in der Zeit, ich ins Lernen reinstecke, mehr Wissen aufzunehmen, dass ich halt jetzt keine zwei, drei Stunden mehr nach der Arbeit lernen muss, sondern vielleicht eineinhalb Stunden ausreichern, um trotzdem besser, ja, besser im Studium, im Stoff voranzukommen etc. Ja, es gibt dazu noch einige Rückfragen. Einmal hier nochmal von Frau Kanzler, Hinweis Frau Kanzler an Sie. Sie hatten vorhin nochmal eine Frage gestellt, da ging es so um eher die Teamaufstellung, da schauen wir uns später nochmal, dann greife ich das auch nochmal mit auf. Hier die Anmerkung, dass halt das, was du dargestellt hast, dass es ja im Grunde um eine Lernbegleitung ist, ganz klassisch, wie sie stattfindet und wo denn da das Neue ist, was du durch deine Methode ja versprichst oder ist das nur, ist das quasi der Name, der irgendwo da ist, aber ist es eine ganz klassische Lernbegleitung, die du da halt anbietest, so wie manch anderer auch? Nein, natürlich nicht, sondern das Neue ist eben die Art und Weise, wie er gelernt hat, wo ich aber jetzt auch in diesem Interview jetzt nicht bis ins Detail drauf eingehen soll oder eingehen werde, weil das ist nicht die Aufgabe des Interviews, genau, sondern das Neue ist eben, wie er gelernt hat, auch gerade wir das Ganze strukturieren, weil gerade beim Lernen, da geht es einfach um Feinheiten, da geht es um Details und man kann auf der Oberfläche Sachen machen, die gut klingen, die auf YouTube gut klingen und so weiter, aber man sieht dann einfach an den Ergebnissen, ob das funktioniert oder nicht, heißt, wenn man mit seiner aktuellen Lernmethode super vorankommt, super, soll man so weitermachen, in dem Fall bei Michael war es eben nicht so, deswegen haben wir uns einfach darum gekümmert, dass halt, ja, effektiv verlernt, etc. Aber das, nur einmal um diesen Punkt nochmal klarzumachen, da geht es einfach um Details. Es geht einfach darum, die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt zu machen und so etwas sind manchmal simple Sachen, die dafür sorgen, dass sie den möglichen großen Unterschied machen, dass man einfach mehr Wissen gespeichert hat, ja, und so weiter. Ja, da ist auch hier Vanessa Geiser noch nicht klar, wie genau er denn gelernt hat und dass es dann zu diesem Erfolg gekommen ist, weil ich denke, das ist ja schon gerade das, was ein Tipp ist für viele, wo sie sich auch dann orientieren können, wie genau geht es denn anders, um effizienter zum Beispiel dann auch zu sein dabei? Genau, natürlich nur auch, nur halt da der Hinweis, nachdem wir über viele Wochen mit den Studierenden zusammenarbeiten, ist es nicht möglich, das Ganze jetzt in fünf Minuten zu beantworten, aber mal ein paar grundsätzliche Sachen, die immer gelten. Ich würde empfehlen, immer direkt mit seinen Skripten zu lernen, weil immer, wenn man quasi, wenn man etwas anderes macht, wenn man jetzt nicht direkt mit seinem Skript lernt, dann verliert man im Prinzip Zeit. Also im Skript steht alle Informationen, die ich benötige, brauchen nicht eine Zusammenfassung zu machen, nicht eine Karteikarten zu machen, nicht, was du immer, eine Mindset machen und so weiter, sondern ich würde empfehlen, direkt mit den Skripten zu lernen, optimalerweise sogar auch mit den physischen Skripten. Man kann es natürlich auch digital machen, tendenziell ist der Lerneffekt aber bei vielen zumindest ein bisschen größer, wenn man das Ganze jetzt mit seinen physischen Skripten macht und dann, ich muss gerade überlegen, wie weit ich darauf eingehen kann, also vielleicht noch ein paar kurze Sachen, man muss zuerst mal, man muss, dass das, worum es wirklich geht, ist, dass man seinem Gehirn signalisiert, was ist wichtig, was sollen wir uns merken, weil wir werden heutzutage mit unendlich vielen Informationen bombardiert. Also jeder, der sein Handy hat, der kriegt am Tag so viele Informationen, wenn man das mal vergleicht zu einer Situation vor 200 Jahren, vor 2000 Jahren, das ist ja wild. Wir werden heutzutage enorm bombardiert mit Informationen, jeder und alles will unsere Aufmerksamkeit haben, heißt, wir können uns gar nicht an alles erinnern. Wenn alles, was wir an Informationen wahrnehmen, wenn alles im Langzeitgerechnet gespeichert wird, wir würden verrückt werden, das geht ja nicht. Interessanterweise, es gibt auch manche Menschen, die wirklich sich praktisch an alles erinnern, das ist dann aber eher eine Krankheit, die Leute sind auch immer so ein bisschen halb wahnsinnig und das ist nicht schön für sie, wenn man einfach nicht so ergisst. Heißt eben auch, deswegen, also ist natürlich auch schon vor so gewesen, aber jetzt insbesondere in unserem jetzigen Jahrzehnt oder sowas, muss unser Gehirn radikale Informationen aussortieren. Das Großteil von allem, was wir wahrnehmen, soll einfach nicht gespeichert werden. Heißt wiederum, wir müssen unserem Gehirn signalisieren, dass das, was wir hier drinnen haben, dass das wichtig ist, dass wir uns daran erinnern wollen, dass wir das Ganze auch langfristig behalten wollen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann, aber das ist das, worum es geht, dass man seinem eigenen Gehirn signalisiert, hey, das, was ich hier drinnen habe, das möchte ich mir merken, weil dann ist es auch leicht, das Ganze langfristig zu merken, weil unser Gehirn ist nicht dumm, wir sind auch darauf optimiert zu überleben. Das machen wir schon, also gesamte Menschheitsgeschichte, insofern, wenn wir unserem Gehirn das Ganze so veranschaulichen, dass das, was wir lernen, überlebenswichtig ist, dann speichern wir uns das Ganze auch besser. Jetzt nochmal nur so kurz abgerissen. Okay, ja, vielen Dank. Dann gibt es noch weitere Fragen hier zu deinem Lernkonzept, ob denn alle Personen immer ihre jeweiligen Ziele erreichen mit einem Coaching oder nach einem Coaching bei dir? Super, ich liebe diese Fragen und da muss ich sagen, tatsächlich nicht alle, weil eine Sache ist natürlich die Inhalte, andere Sache ist die Umsetzung. Man muss das Ganze auch umsetzen und wir haben bisher, also letzte Woche kamen die 248. Studenten ins Training. 99% der Studenten setzen es super um, kriegen auch super Inhalte, aber es gibt auch manche Studenten, setzen es zumindest nicht so um, wie ich das Ganze geplant habe, weil es sieht zum Beispiel so aus, also das letzte Mal, das war vor über einem Jahr schon, im März ist eine Studentin ins Training reingestartet, bei so einem Onboarding-Gespräch haben wir natürlich die Zugänge gegeben, wir haben uns darum gekümmert, dass sie schon mal einloggt in so einen Videokurs, dass wirklich alles schon mal vorbereitet ist, dass sie das Ganze schon gespeichert hat, dass sie genau weiß, wo sie was findet, wie das mit Support abläuft, wo sie wie Support bekommt und so weiter. Und ja, nach diesem Datum hat sie sich kein einziges Mal mehr in den Videokurs eingeloggt. Kein einziges Mal mehr. Wir haben sie, glaube ich, 15, 20 Mal angerufen über die nächsten 6, 7, 8 Wochen, haben sie meistens nicht erreicht, dann natürlich auch geschrieben per WhatsApp, E-Mail, Postkarten haben wir sogar versendet, um einfach zu schauen, hey, woran scheitert es? Gibt es vielleicht irgendetwas, was wir nicht bedacht haben, bei dem wir dir helfen können und so weiter. Irgendwann kam mal dann doch die Antwort, hey, ich habe gerade auf der Arbeit viel zu tun, können wir später damit starten. Da habe ich natürlich gesagt, ja, sowieso, weil mir geht es ja genauso um die Ergebnisse meiner Kunden wie den Kunden selber. Also das ist ja da, davon ist das, deswegen ist das Coaching so erfolgreich, deswegen kommen halt viele Leute rein, weil sie uns einfach googeln, weil sie einfach sehen, hey, das funktioniert offensichtlich und dann kommen sie zu uns. Deswegen bin ich auch so erpicht dahinter, aber bei ihr muss ich zugeben, ich habe es leider nicht geschafft, sie in die Umsetzung zu bringen. Dementsprechend vielleicht war es dann motivierend für sie, aber sie hat zumindest meiner Einschätzung nach nicht die Ergebnisse bekommen, die sie bekommen könnte. Und natürlich kann man sagen, es ist ein bisschen die eigene Verantwortung, das Ganze umzusetzen. Ja, ich sehe es trotzdem auch als teilweise meine Verantwortung, Kunden dazu zu bringen, die Sachen umzusetzen. Aber natürlich, wenn man sich mit Händen und Füßen wehrt, dann gibt es auch Personen, die ihre Ziele nicht erreichen, so extrem wie jetzt bei ihr, was sonst nie. Vielleicht noch ein anderes kurzes Beispiel, einmal habe ich auch zum Beispiel am Ende vom Training schon natürlich mal, wo man gerade steht und einer, Alexander hat zum Beispiel dann gemeint, dass er so in etwa 50% jetzt schneller wurde, also dass er einfach in derselben Zeit 50% mehr Wissen speichert. Und da habe ich gedacht, hey, da geht ja noch mehr, weil das Ziel ist halt schon mindestens doppelt so viel Wissen in derselben Zeit zu speichern. Manche kommen auch auf zweieinhalbmal so viel. Und da habe ich ihm immer noch gesagt, schau mal, Alex, du kannst das noch umsetzen, mach das noch, mach das noch, mach das noch. Er hat mir gesagt, hey, Gabriel, Dankeschön, aber ich habe gerade eine Prüfung, super absolut, bin jetzt auch motiviert, dass ich jetzt mein Studium, das ich die letzten Prüfung nicht noch habe, abschließe, das passt für ihn. Also wo man natürlich landet, was für konkrete Ergebnisse man erreicht, hängt natürlich auch immer ein bisschen von der eigenen Umsetzung ab. Wir können niemanden zu seinem Erfolg zwingen. Aber wenn man motiviert ist, es gab noch keinen einzigen, der nicht deutlich schneller wurde und effektiver lernen konnte. Okay, also doch eine Erfolgsgarantie dann, wenn deine Teilnehmer am Coaching das tun und umsetzen, was du ihnen sagst. Ja, also Garantien dürfen wir natürlich nicht geben, aber wir können sagen, wir haben mit 248 Studierenden zusammengearbeitet. Natürlich, die Neuesten sind gerade noch dabei, aber selbst, also die sagen auch, hey, bisher läuft es super, insofern, was, ich kann es natürlich versprechen, dass wenn man es umsetzt, dann kriegt man das Ergebnis, weil dafür macht man das Ganze ja logisch. Okay. Ja, hier gibt es noch ein Dankeschön von Vanessa vorhin für deine Erläutung dazu, wie denn da gelernt wurde. HV fragt hier nach, ob denn die Methode sich am besten dann eignet, wenn es um klausurbetonte Studiengänge geht. Übrigens auch eine Frage, die ich auch noch mal nicht gehabt hätte, also ob die Methode am besten dafür gedacht ist, wenn es darum geht, Wissen, ich sage mal, auswendig zu lernen, was ja in Klausuren häufig noch so abgefragt wird. HV fragt hier, denn wenn ich mir das Modell an der Apollon-Hochschule oder jetzt eher HKR, wo ich sie aktuell studiert vorstelle, sehe ich es kaum sinnvoll umsetzbar. Also bei den Methoden, vielleicht falls du diese Anbieter nicht kennst, da geht es sehr viel um Fallaufgaben, sehr viel auch um Gruppenarbeiten, wo gemeinsam an Themen auch wissenschaftlich gearbeitet wird, also sehr viel mehr um eine Anwendung als eigentlich die Wiedergabe von Wissen. Genau, also bei uns geht es natürlich schon mehr einfach um Prüfungen, um Klausuren, wobei man auch da teilweise natürlich das Wissen anwenden muss, sei es zum Beispiel ein eigenes Modul für Statistik, Mathematik, Fälle in Rechtswissenschaften lösen und so weit, wo es auch darum geht, das Ganze anzuwenden, aber wir sind jetzt nicht spezialisiert auf Gruppenarbeiten machen, was weiß ich, Hausarbeiter haben ja auch Strategien, aber das ist jetzt nicht so unser Hauptfokus, sondern bei uns geht es darum, möglichst viel Wissen mitzunehmen, das natürlich auch gut zu verstehen, auch anwenden zu können, aber jetzt eben keine wissenschaftliche Ausarbeitung oder eine Gruppenarbeit oder eine Präsentation zu machen. Haben wir natürlich auch Strategien, aber da sind wir jetzt nicht spezialisiert darauf, kann ich so sagen, sondern zu uns kommen Leute, die einfach Prüfungen meistern wollen mit wenig Aufwand. Also speziell Klausuren, so wie HV es ja schon vermutet hat, wo es um Wiedergabe von Wissen geht, so wie es ja zum Beispiel an der IU, die ja vorhin schon mal erwähnt hat, dass auch häufig der Fall ist, dass da wirklich kleine Häppchen dann gezielt in Klausuren Wissen auch abgefragt wird, neben anderen Prüfungsformen, die es ja auch in der IU gibt, wo es dann wahrscheinlich wieder nicht so passen würde, wie zum Beispiel Workbooks oder auch andere Formen, wo es dann auch wieder mehr um diese Fallarbeit und solche Dinge geht. Genau, also weil ja eben mit 47 Studierenden jetzt von der IU schon zusammengearbeitet haben, insofern kenne ich die IU relativ gut, Fokus ist einfach Klausuren richtig schnell zu absolvieren. Hausarbeiten sorgt man eher dafür, dass man das Ganze so nebenher macht, zeiteffektiv macht, aber Hausarbeiten sind dann, zumindest für die meisten, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt auch nicht so die große Herausforderung, das geht schon, kann aber vielleicht auch ein bisschen selektiv sein, dass halt explizit Leute zu uns kommen, die halt Probleme mit Klausuren haben und deswegen die Hausarbeiten schon gut gelingen. Aber das hast du korrekt erkannt, HV, bei uns geht es eher ums Klausuren und Prüfungen lernen. Ja, an der Stelle, wo wir gerade beim Kommentar von HV sind, möchte ich mal ein Schrittchen zurückgehen und zwar ging es da um deine Methode vorhin und diese Formel, die du dann aufgestellt hast, von wegen regelmäßig lernen mal effizientes lernen, quasi als Rechnung, da gab es hier die Anmerkung, dass es ja eine nette Rechnung ist, aber so, dass die hier nicht funktionieren würde, bezogen auf diesen doppelten Zeitvergleich. Ist das eher als Bild gemeint oder kann man das wirklich mathematisch so sehen mit dieser Multiplikation? Natürlich kann man das Ganze mathematisch so verstehen. Jetzt verstehe ich eher die Frage nicht, warum man das Ganze nicht so versteht. Also es ist ja ganz logisch, wenn ich, also ich stecke zehn Stunden ins Lernen, speichere in dieser Zeit x Wissen. Wenn ich jetzt doppelt so viel Wissen im Gehirn gespeichert haben möchte, kann ich entweder 20 Stunden ins Lernen reinstecken oder ich schaue, dass ich einfach in den zehn Stunden doppelt so viel Wissen speichere. Und genauso funktioniert auch das Gehirn. Und wir können, das ist ganz wichtig, wir können einfach mehr Wissen speichern. Es ist nicht so, dass das Gehirn irgendwie großartig begrenzt ist, gerade eben, wenn man sich mal mit Neurowissenschaften auseinandergesetzt, es ist Wahnsinn, was unser Gehirn kann, wie gewaltig unser Gedächtnis ist. Also nur mal als Beispiel, wir könnten 20 Jahre lang lesen, jeden Tag, jede Nacht lesen und merken uns wirklich alles, jeden Punkt, jedes Komma. Und trotzdem, nach 20 Jahren hätten wir etwa zehn Prozent des Speichervolumes unseres Gehirns gespeichert. Also unser Gehirn ist Gewalt und wir können auch gewaltig viel leisten, ja, durch effektives Lernen. Es ist natürlich so, dass man, wenn man doppelt so viel Zeit ins Lernen reinsteckt, der Lerneffekt teilweise reduziert werden kann in dieser Zeit, je nachdem, wie man lernt. Aber generell gilt schon, wenn ich doppelt so viel Wissen, also wenn ich einfach doppelt so effektiv lerne, was ja im Prinzip ja definiert ist, damit das mal doppelt so viel Wissen in dieser Zeit schweichert, dann, ja, hat man auch nur die Hälfte des Aufwandes. Okay, das ist also die Formel, wie du es für dich da siehst dann dabei. Es gab eine Frage, die geht auch nochmal so in die Richtung, wir hatten ja gerade überlegt, für welche Prüfungsthemen sich das Ganze eignet. Hier nochmal eine Frage von Markus Uli, gehst du allgemein so in deine Erfahrung oder vielleicht sogar eine Statistik, wenn du die einzelnen Kundinnen da auch auswertest, ob es da Fachrichtungen gibt, in welchen die Teilnehmer besonders viele Herausforderungen haben. Statistisch, wenn du allgemeine Statistiken hast oder einfach auch Erfahrungsstatistik nach den Menschen, die zu dir kommen. Ja, also generell kann man es zusammenfassen mit Themen, wo es einfach viel Stoff gibt, was ganz klassisch bei Rechtswissenschaften der Fall ist. Also viele kommen zu uns um eben, also also in Rechtswissenschaften, viel Stoff haben, wenig Zeit haben. Dann natürlich auch viele Sachen, die irgendwie mit Management zu tun haben, sei es Personalmanagement, sei es Gesundheitsmanagement und so weiter. Da gibt es ja sehr viele, von zum Beispiel gerade auch an der IU, wie man das Ganze machen kann. Dann eben diese wirtschaftlichen Studiengänge und so weiter. Viele Studierende haben auch, oder denken zumindest, Statistik wäre so ihre große, große Schwierigkeit. Vielleicht auch, weil mir das gerade eingefallen ist, mit Michaela, mit der wir zusammengearbeitet haben. Sie studiert Ernährungswissenschaften an der IU, neben dem Vollzeberuf. Hat Statistik zweieinhalb Jahre lang vor sich hergeschoben, weil sie einfach Angst davor hatte. Meiner Meinung nach völlig unbegründet, weil, wo sie dann Statistik eben gemacht hat mit den richtigen Methoden. Wir haben uns natürlich schon noch darum gekümmert, muss man sagen, dass sie die richtigen Methoden hat. Aber dann hat sie Statistik direkt mit einer 1,7 bestanden. Und ich denke mir selbst, wenn sie sich unsere Methoden gemacht hätte, hätte sie trotzdem, wahrscheinlich wäre sie relativ gut gewesen. Das heißt, Statistik ist etwas, mit dem sich viele schwierig tun, was aber eigentlich relativ simpel ist, wenn man dann, ja, wenn man gut lernt. Also Fachrichtungen sind eben diese ganzen Fächer, wo man viel lernen muss. Alles was mit Wirtschaft zu tun hat, Management, alles auch Ernährungswissenschaften, ganz viele so Informatik, Cyber Security. Also da gibt es ja Haufen Fächer, die man im Fernstudium studieren kann. Genau. Ja, und da wahrscheinlich auch wieder dadurch so ein bisschen gefiltert, weil es halt passen muss auch zu deiner Methode, wo es ja uns darum geht, gut auswendig zu lernen, dieses Wissen zu erlangen, während Menschen, die jetzt vielleicht Nachhilfe brauchen, in Statistik hast du erwähnt, ein anderer Bereich ist ja oft die Mathematik, die für viele eine Herausforderung ist, dass die sich vielleicht auch jemand anderes dann eher suchen, der gezielt dazu dann Nachhilfe gibt, wo es ja dann wirklich ums Fachverständnis geht und nicht so sehr um die Methoden, um was zu lernen, im Sinne von auswendig zu lernen. Genau. Wobei man auch, man kann durch die richtigen Methoden das Fachverständnis besser steigern. Zum Beispiel in Informatik hat man ja auch einen großen Anteil an Mathematik, wo es auch Methoden gibt, das eben noch spezifischer zu trainieren. Aber wir machen natürlich, wir bieten keine Nachhilfe an. Also wenn man jetzt mal ganz, gar keine Ahnung von Mathematik hat, ganz bei den Basics anfangen muss, dann ist da vielleicht auch Nachhilfe die bessere Lösung dafür. Ja, genau das in die Richtung meint ist auch, wenn man da wirklich das Fachliche hat. Genauso, wenn jemand so irgendwo Verständnisschwierigkeiten hat, zusammenhängen gebraucht, dass dann der Fachtutor, der Professor, die Professorin vielleicht da dann erstmal die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartnerin ist. Es gibt noch weitere Fragen im Chat, die greife ich auch gerne gleich mit auf. Möchte zwischendurch auch nochmal eine Frage so von meinen Überlegungen mit einfließen lassen. Das geht auch nochmal so in die Richtung Zielgruppe. Du hast ja auf der einen Seite jetzt Fernstudierende, die du betreust, die heute natürlich hier im Mittelpunkt stehen, weil Interview bei Fernstudiuminfos.de. Aber du kennst ja auch Präsenzstudierende. Das würde mich interessieren. Haben die im Grunde genommen beide die gleichen Herausforderungen? Kommen die mit den gleichen Problematiken und Themen zu dir oder unterscheidet sich das schon irgendwo? Ja, gute Frage. Also am Anfang war es schon noch so, dass es mehr gemischt war oder dass sogar vielleicht gerade ein überwiegender Teil Präsenzstudierende waren. Ich glaube jetzt von den 100 letzten Studierenden im Training waren wahrscheinlich 95 im Fernstudium und Herausforderungen da sind eben eher das, dass man sich jetzt, dass eigentlich das extremer ist, weil in einem Präsenzstudium kann man sich mehr so ein bisschen mittragen lassen. Man kann da sogar auch die ersten Monate ja nichts machen und weil man halt in einem Semester, in dieser Semesterstruktur drin ist, klappt das Ganze oder man kann immer wieder zu einer Vorlesung gehen, nimmt so ein bisschen etwas mit. Im Fernstudium geht das Ganze nicht. Da ist man ganz auf sich alleine angewiesen. Man muss sich alleine zum Lernen motivieren, zum Lernen strukturieren. Man muss alleine sich mit den Skripten auseinandersetzen, alleine das Wissen mitnehmen. Also im Fernstudium ist einfach tendenziell etwas herausfordernder. Allerdings sind die Ergebnisse, die dann erzielt werden können, noch besser. Also man kann im Fernstudium auch schneller als Regelstudien das Ganze. Absolut, was halt rein organisatorisch in dem Präsenzstudium schierig ist. Aber wir haben, also im Fernstudium können diese Ergebnisse viel mehr differenzieren. Vielleicht noch ein Beispiel mit Franz, mit dem wir zusammen gearbeitet haben, weil ich fand seine Geschichte enorm motivierend. Weil er startet ins Fernstudium, macht seine erste Prüfung, fällt durch. Macht seine zweite Prüfung, fällt durch. Und nach neun Monaten im Studium hat er von sechs gemachten Prüfung, hat er fünf nicht bestanden. Er hat eben an der IU studiert, war massiv hinterher und war echt zu einer Überlegung, hey, breche ich jetzt ab, was mache ich? Aber er brauchte das Studium eigentlich, er wollte das Ganze haben. Und dann hat er es eben schlussendlich sogar geschafft, dass er dann in den nächsten sieben Monaten, nachdem wir zusammengearbeitet haben, hat er dann sogar 55 ECTS im Studium absolviert. Also zuerst in neun Monaten eine Prüfung absolviert, dann in sieben Monaten, ich glaube, was waren das, ich glaube, elf Klausurleistungen absolviert, den hat er 55 ECTS in sieben Monaten, die er dann absolviert hat. Das ist aber doch nur im Fernstudium möglich. Im Präsenzstudium geht das Ganze nicht so schnell voranzukommen, weil da kann ich mir das ja nicht so einteilen. Aber zumindest in manchen Fernstudiengängen, gerade zum Beispiel eben die IU, dann teile es auch an der EURFH und so weiter, parzial auch natürlich bei jetzt anderen Fernhochschulen, ist es auf jeden Fall möglich. Okay, also mittlerweile bist du da quasi spezialisiert, das kommen tatsächlich die meisten Teilnehmenden an deinem Coaching aus dem Kreis der Fernstudierenden. Genau. Ja, dann geht es nochmal so um die Methode. Da gibt es einige Fragen noch zu. Zum einen hier Berliner Stern schreibt, dass er intensiv zugehört hat bei deinen Erläuterungen. Aber so richtig konkret erfassen, wie jetzt das Ganze umgesetzt wird, dass das noch schwierig ist für ihn. Und Frau Kanzler hier auch dazu, dass es also letztlich so ist, du hast es an einigen Stellen auch angerissen, dass du nicht zu konkret werden möchtest über deine Methode öffentlich hier, sondern dass man ja mehr halt dir da glauben soll, dem, was da an Versprechungen auf deiner Webseite stehen. Oder aber vielleicht an der Stelle dann auch die Bitte an dich da zu erläutern, wie sieht das denn aus, wenn jemand konkret bei dir so eine Beratung machen möchte? Was gibt es dann vorab an Infos, bevor dann auch eine Buchung erfolgt? Ich hatte gesehen, es gibt ja auch da eine sogenannte kostenlose Lernanalyse, die du da im Vorfeld schon anbietest. Genau. Also uns ist natürlich wichtig, dass die Studierenden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie einfach sicher Ergebnisse erzielen. Weil davon lebt unser Coaching. Unser bestes Argument ist eben, dass die Ergebnisse einfach stimmen, was jeder, der sich über uns informiert, einfach sieht. Deswegen haben wir immer zuerst, bevor man das Ganze macht, so eine kostenlose Lernanalyse, wo man sich mal drei, vier Stunden lang uns genau anschauen, was so die aktuellen Herausforderungen sind von eben einer bestimmten Person, wo wir dann eben wirklich spezifisch, konkret auch weiterhelfen können, weil wir dann eben die genaue Herausforderung haben und weil wir eben auch dann im Dialog sind, dafür sorgen können, dass die Person das Ganze auch korrekt umsetzt. Weil, was wir nicht wollen, ist, dass man Sachen von uns halbherzig umsetzt, dann auch nur halbherzige Ergebnisse bekommt, sondern wir bieten jedem so eine kostenlose Lernanalyse an, die man sich einfach auf unserer Webseite buchen kann. Und dann schauen wir uns das mal wirklich konkret an, wo man sich wirklich dann auch, wo die Person sich dann auch sicher sein kann, hey, funktioniert das bei mir oder funktioniert das nicht? Und wo wir uns natürlich dann auch mal so eine längere Zusammenarbeit, wenn man das möchte, was unverbindlich dann ist, auch mal natürlich genau vorgestellt bekommt, genau erfährt, was da alles inkludiert ist und so weiter. Und um jetzt aber auch auf die erste Frage zur Lerntechnik noch zurückzukommen, das, worum es quasi geht, ist, dass vier Kriterien erfüllt werden. Weil das auch wieder etwas, was für alle so ist, deswegen können wir das Ganze eben auch hier gut ansprechen. Es gibt vier Kriterien, die eine Lerntraining erfüllen sollte. Das erste ist, das Wissen sollte einfach schnell in den Kopf reingehen. Man sollte nicht viel Zeit dafür benötigen. Nicht gut ist zum Beispiel die Zusammenfassung, scheinbar das braucht dann einfach viel Zeit. Nicht gut ist auch zum Beispiel nur seine Skripte durchlesen, dann ist man zwar schnell durch das Skript, aber man merkt es ja auch relativ wenig. Insofern muss man es viel oder sehr häufig durchlesen, braucht wiederum viel Zeit. Das heißt, erst als Kriterium, schnell das Wissen speichern. Zweites Kriterium ist, dass man sich langfristig gut an das Gelernte erinnern sollte. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt etwas kann, wenn ich es dann eine Woche später oder was weiß ich sogar, auch wenn ich es dann ein halbes Jahr später, vielleicht zwar nach der Prüfung wieder vergesse, dann auch nichts zu holen. Weil ich brauche es halt auch für den Beruf. Ich sollte mich langfristig gut an das Gelernte zu erinnern und den Aufwand Wissen ins Langzeitgedächtnis zu bekommen, weil es im Kurzzeitgedächtnis zu speichern ist, im Prinzip vergleichbar groß. Also sollten wir es direkt natürlich auch im Langzeitgedächtnis gespeichert haben. Drittes wichtiges Kriterium ist, dass man auch Erfolgserlebnisse beim Lernen haben sollte. Das ist insbesondere für diejenigen wichtig, die vielleicht Prüfungsangst haben, die nervös sind vor den Klausuren und so weiter. Das ist wichtig, dass man so lernt, dass man Erfolgserlebnisse hat, um dementsprechend dann auch motiviert zu sein, um wirklich auch mit Freude zu lernen und auch selbst sich an die Prüfung reinzugehen, weil man weiß, hey, man kann das Ganze. Ich habe das einfach geschafft, alles zu lernen. Insofern kann ich da jetzt auch entspannt und sicher reingehen. Und viertel wichtiges Kriterium ist, dass man auch immer ein zeitnahes Feedback haben sollte, ob man den Stoff kann oder eben noch nicht kann. Wo haben wir das Ganze nicht? Zum Beispiel jetzt beim Lesen und Markieren. Da weiß man eigentlich nie, kann ich das oder kann ich das Ganze nicht? Weil wenn ich jetzt ein Skript ein paar Mal durchlese, es kommt mir alles bekannt vor. Ich kenne alles. Es ist nichts mehr gänzlich Neues dabei, aber ich kann es eben nicht. Es ist nicht so, dass ich das Ganze auch wiedergeben kann, wenn ich das Ganze benötige. Insofern sollte man aber beim Lernen schon immer sehen, hey, kann ich das oder kann ich das Ganze nicht? Da kann ich natürlich den Fokus auf das legen, was ich noch nicht gut kann und bin so eben auch effizient. Und generell weiß ich auch mal eher, hey, jetzt kann ich noch Anwälten zur Prüfung, jetzt bin ich bereit dafür und so weiter. Das heißt, diese vier Kriterien gelten, die gelten zumindest meiner Erfahrung nach bei allen Personen. Und jetzt kann man sich mal anschauen, so bei seiner eigenen Lerntechnik, hey, wo erfüllen Sie diese Kriterien? Wo erfüllt es das Ganze nicht? Ich habe es eben in Zusammenfassung kurz angesprochen. Das Wissen wird ja nicht wirklich schnell abgespeichert, weil man eher viel Zeit dafür benötigt. Zumindest im Schnitt vielleicht, wenn es bei jemand anderem ist, dann ist es ja schön für ihn, aber im Schnitt ist es eher nicht so. Langfristig gespeichert wird das Wissen auch nicht, weil nachdem ich die Zusammenfassung geschrieben habe, muss ich dann halt nochmal damit lernen. Erfolgserlebnisse hat man teilweise, weil man sich einfach gut anfühlt, eine Zusammenfassung in der Hand zu haben oder irgendwie so dieses Gefühl zu haben, hey, ich war heute produktiv, ich habe heute zehn Seiten zusammengefasst und so weiter, ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum Zusammenfassungen so beliebt sind, weil man einfach dieses Erfolgserlebnis hat und das natürlich schon motiviert. Vielleicht muss man sagen, ob man den Stoff kann oder nicht, sieht man auch wieder weniger bei Zusammenfassungen, weil, ja, wenn ich es zusammengefasst habe, hey, kann ich es jetzt, kann ich es nicht, kann man nur rudimentär sagen. Okay, also vier auch wieder allgemeine Kriterien. Hier auch einige Punkte, was eher nicht passt. Vielleicht können wir es dann nochmal ganz konkret als Lerntipp machen. Du sagst Zusammenfassung halt eher nicht, hast du das erläutert. Auch nur Lernen, nur Lesen bringt auch nichts für ein Lernen. Was wäre denn ein Weg, den du empfiehlst? Also Karteikarten, ja, auch eher nicht, was ist denn ein Weg, wenn ich jetzt mein Studienheft habe, damit wirklich ganz effizient, schnell das Wissen ins Gehirn zu kommen, wenn man nur mal bei diesem ersten Kriterium bleibt. Okay, ja, jetzt verstehe ich, was du gefragt hast. Eines, die uns konkret anschauen können, weil das auch etwas ist, was viele Leute betrifft und was man auch so anbinden kann, ist, wie man sich zum Beispiel Listen und Aufzählungen gut merkt. Da würde ich dich vielleicht sogar auch einmal kurz bitten, das Bildschirm freigeben, einmal so zu teilen. Genau, ich habe hier nämlich mal etwas rausgesucht von der IU. Da geht es um die Funktionen einer Marke für den Dienstleistungsanbieter. Und ich habe hier eben die sogenannte Kommunikationsfunktion, Profilierungsfunktion, Image-Träger-Funktion, Innovationsfunktion und Unterstützungsfunktion im Marketing-Mix und die Stabilisierungsfunktion. Wenn ich mir das Ganze merken möchte, ist es eben so, dass unser Langzeitgedächtnis ist ein semantischer Speicherer, Speicherinformation anhand der Bedeutung, die etwas hat. Jetzt sind diese Begriffe hier relativ inneren bedeutungslos. Was ist eine Profilierungsfunktion? Dieses Wort existiert im normalen Sprachgebrauch nicht. Ich kann aber dafür sorgen, dass man das Ganze leichter merkt, indem ich eben, eigentlich geht es in eine Richtung einer Nemotechnik, die jetzt bei normalen Texten nicht so super funktioniert, aber zum Beispiel hier gut funktioniert. Insofern können wir das Ganze gut anwenden. Ich kann zum Beispiel schauen, dass ich diese Geschichte hier in eine, also diese Aufzählung in eine spannende Geschichte packe. Beispielsweise Kommunikationsfunktion. Okay, Kommunikation, das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Zum Beispiel habe ich hier mein Handy liegen. Damit kommuniziere ich. Gut, zudem habe ich das Handy. Dann gibt es als nächstes die Profilierungsfunktion. Profilieren. Kann ich mich zum Beispiel damit, dass halt, ich bin kein riesen Apple-Fan, aber iPhone ist tendenziell hochwertiger. Jetzt machen mir wahrscheinlich viele Feinde, aber mit Apple kann man sich teilweise profilieren. Genau, lasse ich mal so stehen. Image-Träger-Funktion. Image. Gut, ich kann zum Beispiel von dem Handy die Hülle runtergeben. Dann habe ich das Apple-Logo. Das steht eben für ein bestimmtes Image. Innovationsfunktion. Ja gut, nachdem ich dann mit dieser Person zum Beispiel telefoniert habe, wo ich eben vorher kommuniziert habe, kann ich dann zum Beispiel mir über die Sprachfunktion Serie einen Termin direkt im Kalender notieren lassen. Das ist sehr innovativ. Genau, und Unterstützungsfunktion. Dann sage ich zum Beispiel dann im Anschluss, nachdem ich diese, wie sagt man, innovative Funktion Serie verwendet habe, sage ich, hey, Serie, bitte unterstützt mir mich, dass ich mich zum Beispiel dran erinnere und schicke mir einen Tag vor eine E-Mail-Benachrichtigung meinetwegen. Und Stabilisierungsfunktion. Gut, nachdem ich telefoniert habe, gebe ich das Handy auf. Ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen, aber da, wo man das Handy kabellos aufladen kann, kann ich es quasi draufgeben und das wird mit Magnet stabilisiert. Und ja, dann wird das Handy aufgeladen. Heißt, ich habe einfach irgendeine komische Geschichte gemacht, aber kann mich jetzt auch mal wegdrehen und kann mal schauen, okay, wie war das Ganze? Stimmt, zuerst, ich habe zu meinem Handy gegriffen. Warum? Ja, das sei die Kommunikationsfunktion. Ich wollte ja kommunizieren mit jemandem. Gut, dann habe ich halt das Handy in der Hand gehabt und vielleicht als kleiner Tipp, sollte jeder dieser Funktionen hier, oder alles, was man sich merken möchte, so ein eigener Punkt in dieser Geschichte sein. Das stimmt, das war nicht nur irgendein Handy, sondern es hat ein iPhone. Damit habe ich mich profiliert. Das ist eine Profilierungsfunktion. Dann habe ich die Hülle ausgezogen. Warum? Wegen Image. Und das ist die Image-Träger-Funktion. Dann habe ich als nächstes einen Termin aufgesprochen, also Siri gegeben. Das ist, warum habe ich das Ganze gemacht? Das war wegen der Unterstützungs-, nein, das war die Innovationsfunktion, weil es eben sehr innovativ ist und dahingehend unterstützt mich eben Siri auch. Das ist die sogenannte Unterstützungsfunktion im Marketing-Mix, das mir eine E-Mail-Benachrichtigung sendet und schlussendlich gibt es noch die Stabilisierungsfunktion, wenn ich das Handy dann auf dieses Lade-Case gebe. Das heißt, so kann ich mir das zum Beispiel merken, jetzt bei dieser spezifischen Herausforderungen, zum Beispiel sich so Tabellen zu merken. Okay, also es möglichst anschaulich zu machen, für sich mit Beispielen zu versehen, auch mit vielleicht Gegenständen was in die Hand zu nehmen, dass es konkret wird, sich da vielleicht sogar mit Emotionen verbunden ist und dadurch dann besser einpringt. Genau, spezifisch eben bei Tabellen, Aufzählungen, teilweise Abbildungen und so weiter, da funktioniert das nämlich einfach gut. Und wenn ich jetzt nur Text habe mit einfach nur Text, wo das halt weniger vorgelegt ist, wo ich das Ganze weniger gut machen kann, würde ich da zu anderen Methoden greifen. Aber wenn das Ganze gut funktioniert, dann kann ich das Ganze ja verwenden. Okay. Wie würdest du bei Textwüsten vorgehen? Ich kenne gerade so Skripte. Bei einigen Anbietern sind die sehr hochwertig aufbereitet, mit vielen Abbildungen und da fällt es vielleicht auch leichter, sich auch vielleicht sogar zu erinnern, auf der und der Seite war das Ganze. Bei anderen Hochschulen sieht das vielleicht auch, ob man wirklich Textwüsten hat, wo man schon eine Überschrift vergeblich sucht. Welche Tricks gibt es da, um es leichter zu machen? Jetzt die Frage, ob du da vier, fünf Stunden heute noch Zeit hast. Nein, also wenn es zum Beispiel so ist, wie du es beschrieben hast, dass man so eine Textwüste hat, dann muss man das Ganze natürlich zuerst einmal runterbrechen. In dem Fall würde ich sogar auch so vorgehen, dass ich mir das Wichtige markiere, weil in so einem gesamten Text sind vielleicht nur 10% der Worte wirklich wichtig. Insofern soll ich die mal rauskristallisieren, markieren und so weiter, dass ich dann damit lernen kann. Und dann muss man das Ganze, ja, also muss ich halt eben spezifisch anschauen, was das Ganze jetzt für ein Text ist, wie das Ganze aufgebaut ist und dann müsste man sich das aber spezifisch anschauen, je nach Format. Da will ich eben, was ich vermeiden möchte, ist einfach nur irgendeine Sache herzugeben, die dann auch wieder nur so eine generalistische Methode ist und dann soll es halt auch richtig knallen, um dementsprechend auch, ja, deutlich mehr Wissen zu speichern. Okay. Ja, wir sind schon recht weit fortgeschritten. Ich würde nochmal so ein bisschen auf einige Fragen gerne aufgreifen, die auf die Methode so gehen. Was mir aufgefallen ist, auf deiner Webseite, da ist ja immer von wir die Rede in der Mehrzahl. Da die Frage, wenn jetzt jemand ein Coaching bucht über deine Seite, hat er es dann auch wirklich mit dir zu tun? Wird er von dir betreut oder ist das gegebenenfalls auch delegiert am Mitarbeitende von dir? Ich glaube, das wurde immer erwähnt, dass es im Moment einen festen Mitarbeiter gibt bei dir. Genau. Also, Brinsville, bisher gesamten Kundensupport übernehme ich, außer Onboarding. Das macht zum Beispiel ein Mitarbeiter, weil der ist einfach spezialisiert darauf. Jetzt Anfang Mai, also in nächster Woche, starten weitere Mitarbeiter, die auch mehr in Richtung Kundensupport gehen würden. Aber natürlich Hauptsachen machen, mache ich. Mitarbeiter machen zum Beispiel eher so Sachen, die jetzt Videos schneiden, im Videokurs hochladen, machen Sachen wie jetzt unsere YouTube-Videos da zum Beispiel, die zu schneiden, da Thumbnails, diese kleinen Vorschau-Bilder zu erstellen und so weiter. Pakete für unsere Kunden, wir schicken unseren Kunden auch Pakete mit Materialen, Workshops und so weiter raus, die halt mal mit Adressen zu versehen, frankieren, zur Post bringen, Pakete zusammenstellen und so weiter. Also, dieser ganze gewaltige Backoffice-Kerm und natürlich dann auch noch das, was man halt gar nicht sieht, jetzt mal die gesamte Buchhaltung, sei es Gründnach-Cat, GmbH und so weiter. Also, dieser gesamte Drumherum, was es halt auch noch so gibt an rechtlich notwendigen Sachen, darum kümmern sich Mitarbeiter. Für Kunden bin aktuell einfach, also ich natürlich vorhanden, außer eben fürs Onboarden, das macht quasi ein Mitarbeiter, weil das super passt, aber es wird auch weiter so sein, natürlich alles, wo ich notwendig bin, werde ich machen, aber wenn es bestimmte, simplere Support-Tätigkeiten gibt, sei es dann auch bestimmte Sachen freischalten, zum Beispiel unseren Training und so weiter, das können natürlich auch Mitarbeiter übernehmen, aber die wichtigen Sachen mache natürlich ich, ob ich schaffe. Ja, Onboarding, das ist diese Lernanalyse im Vorfeld, oder was? Sorry, das habe ich noch nicht korrekt, also habe ich noch nicht erklärt. Nein, wir haben zuerst mal eine Lernanalyse, wo man mal sich intensiv unterhält, mal schaut wirklich, was so die Herausforderung ist, wenn sich dann jemand dazu entschließt, mit uns länger zusammenzuarbeiten, was nicht alle, aber ein Großteil halt auch machen, weil sie alle sehr begeistert sind von diesen Methoden und man natürlich dann auch das gesamte Vertragliche und so weiter, alles abgeschlossen hat, dann macht man einen Termin für ein Onboarding, das ist dann, dauert so 20 bis 30 Minuten, da wird man eben ins Programm eingeführt, das heißt, man bekommt mal eben Zugriffe für so einen Videokurs, man erfährt, wie man quasi auch, also wie wir solche Live-Calls eben über Zoom haben kann, oder wie man da teilnimmt, dass man eben eins zu eins seine Fragen beantwortet bekommt, wie man eins zu eins Support bekommt auf bestimmte andere Quellen und so weiter, wie man sich Feedback einholt, wo wir auch Kunden Aufgaben geben, die sie dann erfüllen sollen, dass wir ihnen wieder Feedback geben können und so weiter, also diese Einführung ins Programm, das ist dieses Onboarding, genau, wo halt einfach diese ganzen, was weiß ich, ganze Drumherum oder so, das erklärt wird, dass man dann eben optimal rein starten kann und alles klar ist. Okay, und das heißt, das ganz Organisatorische, da wirst du unterstützt durch dein Team, aber wer jetzt Coaching-Buch bei Gabriel Gorbach, der bekommt auch Coaching von Gabriel Gorbach. Natürlich. Ja, dazu passt eine Frage von der Frau Kanzler, auf die sie schon recht früh gestellt hat, die hier, finde ich, sehr passend ist, wie du denn die Qualifikation deiner Mitarbeitenden sicherstellst und auch für dich selbst, wie der Hinweis, dass Supervision ja bei allem in der Beratung eine Grundvoraussetzung ist, um gut zu arbeiten. Also, wie ich die Qualifikation der Mitarbeiter sicherstelle, das ist einerseits natürlich das, was die Mitarbeiter machen, Sachen sind, die sie können. Deswegen hat es bisher, nehme ich auch den gesamten Support, auch ich ein, weil das einfach so das Wichtigste ist, aber mal, was ich in der Rechnung schreiben, das kriegt ein Mitarbeiter halt auch hin. Deswegen, ja, ist, also diese Frage ist ein bisschen redundant, meiner Meinung nach, weil ich halt einfach, sorry, wenn ich das jetzt ein bisschen abtue, aber ich sorge halt dafür, dass einfach alles passt, dass alles Bürokratische und so weiter, Bürokaterische klappt. Ja, insofern ist es eigentlich relativ, relativ simpel. Das heißt, das, worum es da geht, sind Ergebnisse, dass die stimmen, solange die stimmen, das ist halt absolut der Fall, bin ich happy, bin zufrieden mit meinen Mitarbeitern und dann ist es mir, ehrlich gesagt, auch egal, ob er irgendein Zertifikat in Buchhaltung gemacht hat oder nicht, wenn wir das intern und ich weiß, didaktisch bin ich relativ gut, das, ja, das ist halt das, was ich die ganze Zeit mache, deswegen weiß ich, ich kann auch einem Mitarbeiter beibringen, wie er jetzt eben die Buchhaltung macht, wie durchschneidet für uns, was auch immer. Ja, gut, ging hier, glaube ich, auch speziell nochmal aus der Kundenperspektive, was wir gerade vorab geklärt haben, dass der, die direkte Betreuung, was das Coaching angeht, die Beratung angeht, dass das durch dich passiert und zum Thema Supervision hat es ja zum Beginn schon mal, da habe ich es verstanden, dass er das für dich bisher nicht für notwendig gesehen hat. Okay, ja, wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit, haben auch schon vieles angesprochen, es gibt jetzt noch etliche Fragen aus dem Chat, wie sieht es aus, hast du da noch ein bisschen Zeit, dass wir das ein oder andere noch aufgreifen können? Gerne, wir können schon noch ein paar Sachen aufgreifen, ewig Zeit habe ich nicht mehr, aber. Ja, also ich denke mal, sagen wir beim Limit, spätestens halb neun, machen wir Schluss hier. Passt das für dich? Passt. Gut, dann schaue ich mal durch, das ist ein paar Dinge jetzt auch, die vorhin schon mal das ein oder andere kommentiert worden sind, wo ich jetzt auch mal schaue, was da gekommen ist. Eigentlich sind auch Anmerkungen hier, wir können ja mal zusammen einfach mal durchgehen, von Lennart Steinke hier. Eine Problematik, die ich auch teilweise schon mitbekommen habe bei einigen Anbietern auch, die IU hast du jetzt schon einige Male erwähnt, was wiederum auch hier schon zum Teil aufgefallen ist, gab mal die Anmerkung, dass es hier immer nur um die IU gehen würde. Aber an der IU ist es halt zum Teil so und auch bei anderen Anbietern, dass da zum Teil auch sehr viel Detailwissen tatsächlich abgefragt wird. Also hier die Anmerkung, dass alles im Skript prüfungsrelevant ist, deshalb es schwer ist, Dinge auszusortieren und hier die Anmerkung sinnvoll ist in der Regel Abstraktion und Junking, um die Informationen auf unterschiedlichen Detailebenen dann abzurufen. Genau, also ich finde das sogar nicht mal schlecht, dass alles wichtig ist. Ich finde es quasi besser, dass so ein gesamtes Skript, nehmen wir jetzt mal ein anderes Skript, zum Beispiel von der Eurofah, dass wir die auch mal erwähnt haben, dass im Prinzip da auch praktisch alles wichtig ist, weil das heißt, ich muss ja weniger aussortieren. Aber natürlich in diesem Skript ist nicht jedes, wie gesagt, nicht jedes Wort gleich wichtig, sondern halt alle Informationen sind wichtig, aber ich kann natürlich herauskristallisieren, was in den Sätzen ist wichtig, dass ich halt die Informationen mitnehme. Und vielleicht nur, um das Ganze mal zu vergleichen, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, von Rechtswissenschaften arbeiten jetzt so mit vielen von der JKU zusammen, da hatten wir diese schönen Bände und dann gibt es teilweise, gibt es acht dieser Bände pro Prüfung mit sehr kleinem, detaillierten Text und das ist, wenn wir uns mal so ein anderes Extrem anschauen, da ist es halt so, da hast du teilweise über 1000 bei der größten Prüfung wirkliches Recht, sind das ungefähr 3600 Seiten, die man lernen muss. Das heißt, dass man herausfordert, dass ich das alles durcharbeite, mir auch da sehr viel merke, aber natürlich dann auch in diesem Gesamtsstoff mal aussortiere, was ist das, was ich wirklich brauche und so weiter. Insofern finde ich es super, dass in so einem IU, EURFH, Fernunihagen, PFH, HFH und so weiter Skript praktisch alles wichtig ist, weil das spart einem ja einfach die Aussortierungszeit. Ja, wobei es natürlich dann schwieriger wird, da wirklich effizient durchzugehen und zum Beispiel das Thema Markieren dann wirklich was zu markieren, weil ich ja dann am Ende ja eigentlich alles Buntes dann höchstens noch sagen kann vielleicht, wo sind irgendwelche Zusammenhänge. Aber ich sollte eben nicht alles markieren, also ich sollte nicht keine ganzen Phrasen, keine ganzen Sätze markieren und so weiter, weil dann wieder dieser Kontrasteffekt verloren geht. Wir sollten nur in so einem Skript die wichtigsten Worte markieren, also 10% der Worte, durch die aber 95% der Informationen vermittelt wird. Ein und, ein der, die das, also wie und so weiter, das muss ich nicht markieren, das soll ich quasi weglassen, sondern mich auf die wichtigsten Sachen fokussieren, zum Beispiel nur als Kleinigkeit. Okay. Ja, dann gab es eine Anmerkung, da ging es vorhin um die Frage nach dieser Lerngarantie, glaube ich noch, wenn die Ziele nicht erreicht werden, dass es dann an den Personen liegen könnte, wenn es funktioniert, dann ist es das System, was das Ganze verursacht hat, weiß nicht, können wir das so stehen lassen oder wenn du da noch was zu sagen möchtest. Nein, also natürlich der Erfolg des Coachings hängt von den Kunden ab, also deswegen, dass sie so erfolge sind, hängt auch einfach von ihnen ab, deswegen sind sie auch, muss ich sagen, deswegen sind sie auch selektiv. Deswegen kann man nicht einfach das Ganze über die Webseite machen, sondern wir suchen aus, mit wem wir zusammenarbeiten, weil wir halt auch nur Kunden wollen, die erfolge werden und das ist, manchmal habe ich auch schon Leute für sie abgelehnt oder ihnen auch gesagt, so hey, wenn du möchtest, kannst du das Ganze machen, aber ich bin mir nicht so sicher, weil aufgrund deiner Situation, was auch immer, ja, kann ich dir zum Beispiel nicht dieselben Garantien geben, wie jetzt eben anderen Studierenden, aber natürlich, wenn auch jemand nichts umsetzt, was bisher eh nur einmal vorgekommen ist und mit der Person 20 mal anrufen, nie drankommen, sie wieder auf E-Mails, WhatsApps, Postkarten reagiert, irgendwann sind wir halt auch die Hände gewunden, ich könnte noch mal vorbeifahren, war eine Kundin aus Deutschland, in Österreich, ein bisschen weiter weg, aber das, ja, das mache ich dann doch nicht, muss ich zugeben. Ja, okay, das heißt, du schaust aber auch schon am Anfang bei denen, die auf dich zukommen, ob die irgendwo zueinander passt, auch von dem, welche Ziele da sind, wir hatten ja vorhin auch mal gesagt, geht es jetzt um Prüfungsvorbereitung, geht es vielleicht um andere Probleme, die da sind und dann auch schon mal sagst, ich glaube, hier passt es nicht für uns, das ist nicht der passende Weg, weil ich kann hier nicht sehen, dass das Ganze Erfolg hätte und dann ja auch letztlich, geht ja auch um viel Geld, rausgeschmissenes Geld wäre vielleicht. Genau, also zum Beispiel gerade heute habe ich es sogar in einem Vorgespräch mit einer Studentin habe ich ihr gesagt, weil sie musste nur noch, hatte nur noch Hausarbeiten und zwei so Gruppenarbeiten und ich habe ihr halt gesagt, so hey, ist nicht so das, worauf wir uns spezialisiert haben, habe ihr dann sogar einfach so ein paar Videos zugesandt, aber dann auch einfach gesagt, hey, das macht jetzt meiner Meinung nach wenig Sinn, weil sie einfach nicht so die, nicht so ein System rein, also nicht für das, was sie haben, so perfekt reinpasst und ist mir auch lieber mal, das, also wir wollen immer transparent sein, weil wenn die Kunden wissen, dann eben nach der Lernanalyse genau, was sie bekommen und dann entscheiden sie auch, hey, macht das Sinn für mich oder macht das Sinn für mich insofern, sind sie dann aber eben auch glücklich, weil sie genau wissen, was sie bekommen, genau. Okay, ja, das wird dieser Lernanalyse deutlich, für mich ist so klar geworden, es gibt so eine Mischung wahrscheinlich aus Videokursen, die ihr habt, Videoprogramme, die vorgefertigt sind, die ihr erstellt für das Coaching und dazu halt dann individuelle Betreuung, die das Ganze dann auch ergänzt. Genau, also bestimmte Sachen, so einzelne Bausteine, die muss ich natürlich nicht jedem individuell erklären, sondern das ist einfach einmal präzise, kompakt in einem Video verpackt, vor allem auch eben so, dass man das Ganze in eigenem Tempo durcharbeiten kann, auch mal nach der Arbeit sicher dann auch dransetzen kann, wirklich präzise jetzt die Informationen bekommt, die man benötigt und ja, es hat nicht nur seine Zeit damit verschwendet, lernen zu lernen, weil es soll auch schnell gehen, dass man auch schnelle Ergebnisse bekommt, aber natürlich jeder, mit dem wir zusammenarbeiten, wird auch individuell betreut, ja, das halt auch und was wir natürlich auch machen, wir kümmern uns darum, dass man das Ganze umsetzt, also wir haben zum Beispiel so eigene Excel-Tabellen, dass dann, nachdem er gestartet ist, dass wir uns dann in einem bestimmten Intervall proaktiv bei den Leuten melden, mal nachfragen, hey, wie läuft es gerade, wo stehst du gerade, wo können wir dich unterstützen, wir sehen natürlich auch immer, wo man jetzt gerade im Training ist, also welche Sachen man sich schon angeschaut hat und so weiter. Ah, okay, das heißt, ihr habt auch schon noch eine Erfolgskontrolle und mal einen freundlichen, nicht sagen Tritt in den Allerwertesten, aber so einen Hinweis, wir haben lange nichts mehr gehört von dir, wo steht es denn, können wir helfen oder wo hapert es? Genau, also wenn man sich mal seit, keine Ahnung, ein, zwei Wochen nicht mehr meldet, dann wird man sich auch mal angerufen, dass man, also zumindest um mal zu schauen, hey, passt alles, oft ist es sogar eh so, dass Leute einfach dann sagen, hey, super, passt alles, keine Fragen, Dankeschön, aber ja, wenn es dann doch mal irgendwo heraushaltend gibt und man gerade so einen Stress hat, was auch immer, dann ist es dann doch recht nützlich, wenn wir uns einfach noch mal proaktiv melden. Ja, dann schaue ich mal weiter in den Kommentaren, einiges waren auch Kommentare, die einfach in der jährigen Situation gekommen sind untereinander, die werde ich jetzt nicht alle aufgreifen, einmal Punkt war hier so ein bisschen Geheimhaltung darum, wie es genau abgeht, ist sicherlich auch angesprochen, dass du das einiges möchtest, du halt erst dann verraten, wenn man konkret in das, in die Zusammenarbeit dann auch reingeht. Genau, das schaut man sich halt in der Lernanalyse jetzt an, da kann man es natürlich spezifisch machen für die Person. Okay, gut, dann gibt es hier auch Anmerkungen, wo ich jetzt eigentlich mal im Detail nachhabe, worum es dann ging, ein Hinweis von Lennart, hier auch das Lernen halt nicht linear verläuft und Frau Kanzler kam mir nochmal die Anmerkung, dass schon Transparenz erwünscht, dass man sonst das Gefühl bekommen könnte, die Katze im Sack zu kaufen, da habe ich jetzt aber so verstanden, dass in der Lernanalyse, bevor gekauft wird, die Katze beschrieben wird. Statistischerweise, also wir sind ja in Österreich oder Deutschland, wir haben sehr hohe, wie heißt das, Verbraucherschutzrichtlinien, niemand kauft die Katze im Sack, aber natürlich Sinn eines Livestreams ist es nicht, beim Programm zu erzählen, weil ich muss sogar auch sagen, wahrscheinlich interessiert das sogar nicht mal so viele Leute, sondern die meisten interessieren sich ja generell dafür, wie man schnell in die Schule vorankommt. Wie jetzt alles inkludiert ist, das kann man einfach für diejenigen, die das besprechen, die das interessiert, genau besprechen, aber natürlich, logischerweise, jeder, bevor er mit uns einen Vertrag eingeht, muss natürlich mal genau wissen, was da überall inkludiert ist und es ist ja kein rechtsgültiger Vertrag, also das funktioniert ja nicht. Ja, nur du möchtest es halt nicht jetzt in die Öffentlichkeit, ins Internet stellen, in so ein Interview, sondern dann halt ganz konkret in der Lernanalyse, wo dann der Umfang besprochen wird. Genau, also das macht natürlich dann auch mehr Sinn, dann haben die Leute auch können ihre individuellen Fragen natürlich direkt beantwortet bekommen, etc. Okay, hier gibt es noch Anmerkungen von Lennart, wer es anders sieht, was jetzt so die wissenschaftliche Fundierung angeht dabei, vielleicht, und da auch nochmal die Möglichkeit, dass ihr da gegebenenfalls direkt mal in den Gespräch oder Austausch geht. Können wir gerne machen, also Lennart, was so Sachen stimmen, hat einfach nicht, aber es gibt bestimmte Methoden, die einfach erwiesenermaßen funktionieren oder Prinzipien, die funktionieren. Ist natürlich jetzt leicht, das Ganze so abzutun, wie du es machst, aber ja. Ich denke mir, dass immer das Überzeugendste sind einfach Ergebnisse. Wenn ein System Ergebnisse bringt, dann scheint es auf irgendeine Art und Weise zu funktionieren. Selbst wenn man vielleicht mit seiner, keine Ahnung, bestimmten Brille irgendetwas einem nicht gefällt, wenn etwas Ergebnisse bringt, dann funktioniert es offensichtlich, dass wir Ergebnisse bringen. Ist klar, kann man auch einfach mal googeln, mal Rezensionen anschauen, schauen, was andere Studierende so dazu sagen. Gibt es im Internet relativ viel. Ja, vielleicht gibt es ja mal jemanden bei mir aus der Community, der sowas macht mit dir und dann da auch darüber ganz konkret berichten könnte, weil so ist ja auch bei vielen Erfahrungsberichten, so meine Erfahrung auf großen Portalen, ist es immer sehr schwer, den persönlichen Bezug zu haben und das auch irgendwo dann nachvollziehen zu können, wie valide das Ganze ist und wie die Rezension da auch zustande kommt. Kann ich sogar abschließend vielleicht noch einen nützigen Pro-Tipp geben und das habe ich heute mit einem Studenten telefoniert, der kam vor acht Wochen ins Training rein und er hat so gemacht, dass er einfach auf Trustpilot mal unsere Rezensionen angesehen hat, dann gesehen hat, hat er eine Studentin geschrieben, ist jetzt wieder IU, aber hat er ihm geschrieben, hey, ich studiere das und das an der IU, hat es mit ihrem vollen Namen geschrieben, dann hat er einfach mal sie gesucht in ihrem internen Portal oder Facebook, hat sie eingeschrieben, sie haben telefoniert, die Kundin hat ihm gesagt, hey, hat genau diese Ergebnisse bekommen und dann kann man auch ins Training, also das kann man natürlich auch machen, wenn man möchte. Genau. Okay, ja, da auch noch ein Hinweis, klar, das dafür sich persönlich dann zu machen, dass es dann nicht mehr so anonym ist. Ich schaue jetzt einfach mal, ob es noch konkrete Fragen gibt neben den Kommentaren. Da ist eine Frage hier von der Frau Kanzler nochmal. Wie unterscheiden Sie denn, ob jemand etwas intellektuell nicht versteht oder ob er nur nicht richtig lernt? Das finde ich noch ein ganz interessantes Thema. Wichtiger, wichtiger Punkt. Ich glaube, es wird fast nie so sein, dass jemand etwas intellektuell nicht versteht. Also, dass Leute, viele, leider, das muss man halt sagen, leider denken viele Studierende oder manche Studierende, dass sie einfach zu dumm sind, dass sie nicht intelligent genug sind oder dass sie schon mit ihren 30, 40 Jahren und so weiter, 50 Jahren zu alt dafür sind, aber das ist halt einfach nicht der Fall, weil man muss nicht sonderlich intelligent sein, um erfolgreich im Studium zu sein. Natürlich, so ein bisschen eine Grundintelligenz benötigt er schon, aber ohne diese Grundintelligenz würde man nicht ins Studium reinkommen. Und das, worum es dann eben wirklich geht, ist die Methoden und das können die smartesten Leute, können mit schlechten Methoden trotzdem nur schlecht vorankommen, aber mit guten Methoden sehr gut vorankommen. Deswegen glaube ich, dass ich einerseits ein gutes Gespür habe beziehungsweise andererseits ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir jemals gedacht habe, hey, der wäre jetzt so dumm für das Studium. Überhaupt nicht. Also, nein. Wenn, dann liegt das an den Methoden, aber nicht daran, dass man intellektuell das nicht drauf hat. Das würde ich so abschreiben. Deiner Meinung nach, man kann damit Methoden ganz viel machen einfach und auch rausreißen. Das sind auch alles Anmerken, die stehen ja auch im Chat mit ihm das Ganze nachzuvollziehen. Ja, nehmen wir doch hier noch eine Frage aus dem Chat zum Abschluss mit dazu und zwar von Markus auch noch mal die Frage, ob selbstständiges Lernen via Fernstudium anders anzugehen ist, als zum Beispiel im Präsenzstudium, was du ja auch selbst gemacht hast und jetzt durch deine vielen Kunden aus dem Fernstudienbereich da möglicherweise auch einen guten Vergleich dann hast. Genau. Schon ein wenig anders vorzugehen, weil einfach die Materialien anders sind. Also im Präsenzstudium hat man in der Regel ja Vorlesungen, Übungen, hat man Vorlesungsfolien und so weiter, wo man einfach sich anders mit den Materialien auseinandersetzt, als eben jetzt in einem Fernstudium, wo man einfach nur Skripte zugeschickt bekommt, teilweise je nach Hochschule dann schon auch mal noch irgendwelche Videos hat, Vorlesungsaufzeichnungen hat und so weiter. Aber tendenziell im Fernstudium ist einfach so, dass man sich halt alleine mit Text auseinandersetzen muss. Insofern sind da teilweise einfach die Anforderungen andere, ja, beim Lernen, weil man eben nicht Vorlesungen hat und so weiter. Das vielleicht so. Ich muss um kurz abzureißen. Ja, vielen Dank, Gabriel, für die Einblicke in deine Methode, die Lerntipps und auch der Versuch hier etwas mehr Transparenz auch einfach herzlichen für die vielen Unsicherheiten, die so da sind. Und ich denke, wer konkret Interesse hat, möglicherweise mit dir zusammenzuarbeiten, sollte sich dann noch mal konkret ansprechen und dann auch schauen, noch mehr da im Vorfeld unverbindlich einfach zu schauen, ob es passt oder hat einfach der Anreise, nee, das passt irgendwo nicht für mich. ein stellvertretendes Dankeschön möchte ich hier noch mit einblenden von Frau Sabine Kanzler, die sich für das aufschlussreiche Interview betreibt. Vielen Dank dir, genau wie du schon gesagt hast. Also wer sich dafür interessiert, effektiver voranzukommen, kann natürlich auch gerne mal mit meinem YouTube-Kanal, kann sich darüber mal informieren oder auch auf unserer Webseite, beziehungsweise auf der Webseite ist ja auch der YouTube-Kanal natürlich verlinkt, kann man sich da einfach mal anschauen, was wir so machen, mit wem wir eben zusammenarbeiten, ob das vielleicht auch für einen selbst quasi passt oder eben nicht. Und wenn es nicht so ist, dann kommunizieren wir das Ganze auch, weil ich will keine unglücklichen Kunden haben. Ich arbeite nur mit glücklichen Kunden, das macht mir selbst auch mehr Spaß und funktioniert dann natürlich auch besser, dann kommen natürlich auch mehr Leute ins Training. Insofern macht das Ganze schon auch Sinn, zu mir so zu gestalten. Genau. Oder wer da sonst so irgendwelche Fragen hat, gerne einfach jederzeit bei mir melden oder sich für eine kostenlose Lernanalyse eintragen, dann melden wir uns und schauen, wie wir einen unterstützen können. Ja, prima. Dann lassen wir das doch einfach als Schlusswort so stehen. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend und werde weiterverfolgen, wie dein Weg so aussieht, gerade wo du auch im Fernstudium aktiv bist und so groß ist die Welt da ja dann doch auch nicht. Super. Ich sage vielen, vielen Dank dir für das Interview und die vielen spannenden Fragen. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, und an der Stelle auch von meiner Seite vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Dankeschön auch, dass ihr so intensiv euch im Chat mit eingebracht habt. Ich habe mich bemüht, möglichst viel davon reinzubringen. Mir ist klar, dass einige Kommentare jetzt auch einfach so stehen geblieben sind. Das dann vielleicht noch mal zur weiteren Vertiefung. Wenn euch das Interview gefallen hat, wenn es aufschlussreich war für euch, wie Frau Kanzlers hier schon vorhin erwähnt hat, auch um einfach jetzt, ja, einen besseren Einhund davon zu haben, was so dahinter steckt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, natürlich auch, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, die Aufzeichnung anzuschauen und wenn dann noch Fragen auftauchen, stellt die gerne auch in den Kommentaren. Ich werde das an Gabriel weiterleiten und ihr bekommt dann da auch noch Rückmeldung. Das war es von meiner Seite. Einen schönen Abend noch für euch und bis zum nächsten Mal hier auf dem YouTube-Kanal von Fernstudium Info. Und dann noch für euch, und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Und dann auch für euch, Vielen Dank.